Das ist unglaublich, ich glaube mein Internet macht heute nicht mit. Ja, ich mache das PC so ganz ehrlich. Ja, aber ich will wenigstens jetzt ein bisschen streamen, das kann ja nicht sein. Ja, das hat ja nichts damit zu tun. Das hat ja damit zu tun, dass einfach mein Internet gerade extrem abkackt. Mein Gott, ich hoffe das geht jetzt. Ja, das bringt man ja wieder einmal, wieder da nice, bin wieder da nice, Leute, dass ihr wieder da seid. Mike Dollinger und Pritz Ergermänner. Ey, das kann ja nicht sein. Alter. Was? Mega Base aktiv, ich war ja noch nirgendwo drinnen, Alter. Final Love sage ich schon wieder. Was ist das? Also, kann man dann bitte in die Duo auch gehen? Ja, lol. So, jetzt hoffe ich geht es. Ey, ich schaubsaftiges Gnu mich angenommen hat. Ui, das wär so, dass wir jetzt so zum Geilen runterholen was. Ne, aber, wenn die mich jetzt angenommen hat, gell, auf Epic. Okay, jetzt soll es gehen, Leute. Hä, was war das? Haben mir Schokolade und so geholt. Nice, Alter. Ehremann. Leute, guckt hier, das ist ein Ehrenvorbild. Er holt sich Essen, er holt sich Trinken wahrscheinlich und guckt meinen Stream. Ehremann. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall. Oh, Ehrenfrau. Also, bist du sowieso, aber ich mein, deswegen natürlich auch. So, Leute, jetzt sollte es gehen. Mein Ping ist auf 46, also sollte eigentlich halbwegs gehen. Es hängt, ich glaub, es ist Radklatt oder was? Nein. Äh, hä, was war das, was denn? Warum ich den Stream beendet hab wahrscheinlich, meinst du? Weil mein Internet nicht ging. Wie heißt Gnu auf Epic? Ähm, Gnu Mama heißt sie. I think mal. Und ich hab keine Ahnung, wie sie heißt, aber sie hieß halt Gnu Mama. Deswegen, Leute. Da ist wirklich ein guter Spot, Leute. Einfach dorthin bei Lootlag, da landet fast nie einer. Also, Lootlag... Aber wirklich saftiges Gnu streamt er jetzt noch, der Porra oder so. Ähm. Ganz, no joke, ich glaub, ich hab's ja auch auf Insta angeschrieben, so. Also, jetzt nicht so auf Asi-Content, weil sie eh so... Was? Das Treffen schwanger mal. Oh, keine Chance. Okay, ich halt schon meine Fresse, Leute. Ne, aber ich hab's ja auf jeden Fall angeschrieben. Und ich weiß nicht, ähm... Sie wird's nie lesen, denk ich. McDonalds? Schaut meine Stories, aber... also nur die eine, aber... Aber ja. Ja. Oh, nein! Hey! Wer pisst euch? Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Jagdgewehr! Hey, ich krieg's als erste Waffe. Also, ich feier's jetzt eigentlich eh. Ein Jagdgewehr, aber nicht als erste Waffe. Dings ist da, gell? Hans-Peter! Oh! Hans-Peter! Hans-Peter! Legende ist zurück. Jetzt kommt Stream Hans-Peter. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich. Mh... Mega. Oh! Hit, alter! Sneaper-King, Leute! Der Sniper-Profi hat zugeschlagen jetzt gerade. Wie geht's dir, Hans-Peter? Alter. Jetzt kommt Stream von Adlov. Verpisst dich, alter. Ja, ist es da. Ey, ich... Ich... Nein, nein, nein. Ich bin gleich tot. Bruder, ich bin gleich... Ja, hab einen, hab einen! Hab einen! Hab einen! Nice, Leute! Heinz-Peter! Guten dir, mir geht's auch ganz gut, Leute! Noch ein Team. Okay. Hab ihn... Wo ist der? Am Stein, ja. Nein! Bruder, muss echt fucking los! Mach schnell, mach schnell! Bruder, hallo! Ja, mein... Wunderbar! Leider, wenn euch das Team gefällt, gerne mal ein Like da lassen. Support ist kein Mord. Naja, komm, der push uns glaub ich nicht, oder was? Ja, sie kommen. Ah, sie kommen schon, gell. Ich glaub, sie kommen von oben. Ich geh von der Seite. Ja, das Ding ist, ich hab halt nur AP. Okay. Äh, wait, eh... Redet da Melissa? Was, hört man sich vielleicht, ja? Aber ist eh gut, ist eh gut, ist eh gut. Äh... Redet da Melissa? Ja, man hört sich vielleicht so ganz mini, du bist eh so... Hi. Nein, Leute, das ist meine, meine, meine... Na doch, ja, ich seh. Ah, nein, 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 nein. Du hast ein Biggie. Ein Biggie? Ah, ich hab ein... Ich hab ein Biggie gehabt. Ach, mein Gott, nicht, dass ich hinterm Stein warte, Biggie trinke. Ben, mach mal Funnel über PC rein. Er möchte, dass ich das Funnel reinmache. Mach ich schnell. Ben has come stream. Kann ich machen. Aber es ist wie gesagt, ich kann keinen Livestream bearbeiten. Ich schwere, ich kann nur auf Videos gehen und da ist nichts. Ist egal. Huch. GG. Wo ist Flo? Am PC kannst du bearbeiten. Ja, I know that, but, but, but I have no Funnel. Und mein PC hängt ganze Zeit, Leute. Also vielleicht morgen. Leute, morgen auf jeden Fall wird eine Veränderung wahrscheinlich kommen. Das heißt, ich werde die Kamera eher so, weil hier hinten wird was kommen. Ich bin. I think. Das ist ganz gechillt, Leute. Was habe ich? Nein, habe ich noch nicht, ich... Nein, ich fahre morgen. Flo ist weg, okay. Was, Flo war da, oder was? es war so lustig damals mit logo ja er fickt ja moin alter wo ist ein flurgo ja er fickt diese begründung ich gescheune ja genau der ist wahrscheinlich unter der dusche ja natürlich ich bin auch unter der dusche gerade weil wie gesagt wenn euch der stream gefällt würde ich mich unter ein like freuen bei 5 likes läutet sich mein pullover aus und da habe ich nichts an sorry ich bin nicht so fame erst 5 likes sind für mich wie ein jahres jahresgehalt das hat doch ein bisschen zu traut ey sei nicht nice of floh da bin ich ja nicht von it love kann ich mir schon denken ja wo kommt der hoch ich bin nicht oben auch stark äh flachflächtiger er hatte ich muss kurz moni sammeln jahre in eins von dort hinten ganz hinten ganz hinten jaja ich sehe schon mein gott alter der hund ja bei 330 zirka äh ich sag nur so ja oh black scar äh ich sag nur so wahrscheinlich ist sie neidisch äh sie beleidigt ja moin ne ich halte nicht mein ma nein jeder ist so äh dings ist neidisch wahrscheinlich nicht schwarz äh er fickt gerade seine was er fickt gerade seine im hotel unter der dusche ich mein freund das ist schon mehrere monaten echt er geht wirklich dafür ins hotelzimmer also ich würde sie gut bei mir ist das problem jetzt kurze real life story leute würde ich eine freundin haben würde von diesem gesicht her nie sein aber egal äh und ich stelle vor ich hätte jetzt geschlechtsverkehr mit der freundin ok ähm kurze real life story leute mein zimmer schlitz da von der tür man kann durchschauen und leute wenn man da durchschauen kann weißt du wo das hin zeigt genau zur couch wo wir wahrscheinlich dann hätten also hier schöne grüße an meine schöne ja ich komme schöne grüße an meine vielleicht zukünftige freundin bei dir machen wir es oder im hotel man kennt es ja ist dann einfach mal so richtig gegeben äh p90 äh hier weiter komm her komm her komm her komm her komm her melissa ok perfekt das wollte ich dir sogar anbieten aber ich nehme verband mit ich nehme verband mit ganz schön so ich nehme die diegel mit oder will nahmen du mit digger schreibt nicht fickt miki oder so äh lag echt sorge leute ich sag mal internet ist jetzt auch nicht das beste grad heute ah ja mal oh du musst du es öffnen lassen oh mein gütnis oh mein gütnis warum steht das da ja ich rede einmal von freundin ja ich rede einfach mal von der freundin da kommt das lama äh es hängt grad bei mir ein bisschen halt's maul speederman speederman äh 50er komm her komm her wo wo denn ähm bei dem nein bei dem schild das war ja von season 1 die mission oder äh hey doch es ist ein zwei oder drei was von entloff ist ein mädchen ähm ja das habe ich auch ziemlich spaß ja ist sie ich wollte schon ich wollte schon spaß ich halte einfach meine fresse jetzt gehen sie ja oh ja oh nice alter push mittel haben wir jetzt schon alter können wir zur zone ne weißt du was kann man äh wann kann man mit dir zocken ähm melissa aber ich bin nicht so ehrenlos oder ne du kannst eben mit zocken aber dann spielen wir halt team oder oder möchtest du nicht team ja aber leute wir machen wir machen ein paar was machen wir ja leute wir machen jetzt noch ein paar du runden hier ganz gechillt leute und die was jetzt dann mitspielen wollen die können dann mitspielen einfach mich adden ausrufezeichen epic mich einfach adden halt mal das haben sie vielleicht jetzt gehört ähm und dann könnt ihr beitreten äh baufehler eh boh dein looky äh dein looky place streamed welcher looky place kenne ich nicht ah boah ja moin ja schöne eigenwerbung ne schwarz interessiert mich ja nicht baufehler hm hm jetzt kommen stream baufehler sorry so wir bauen hier halt die zone äh die kommt jetzt mach mal melissa lauter ey ich glaub das möchtest du nicht ich seh alle auf dich geiern siehst du ich sag's dir ja bei jonas kann ich's mir auch vorstellen alter naja gut damals war ich genauso einer aber sagen wir's ja mal nicht weiter oder ich glaub man hört dich so da ist ein gegner hä von hinten ja zur zone ey das ist so ein wichser ja er finisht ja ehrenlos ja komm was man machen alter diese äh dingsgröße äh was kann können ähm 5 likes Na Leute, Dankeschön für 5 Likes, Ehrenmänner auf jeden Fall Also Leute, jetzt sieht man Polios Leute, meine Kunden Ui, neue Hacke Neue Hacke Und EP Äh, ja Bin ich Nice Leute Mach bis Melissa laute, ich will ihre Stimme mal hören Also möchten, dass ich dich lauter mache Soll ich wirklich machen? Okay Leute, dann hört die gleich Melissa Kurz nur oder Okay, nur ganz kurz Leute Wie viele Minuten, wie viele Minuten Oder Sekunden Ganz kurz Jetzt gehört die Melissa kurz herant Ja, sag mal, sag mal wie es dir geht Sag mal was ging vorne drauf Dankeschön für den Support Du lass mich jetzt hier gerade in Stich Ich höre keine alte vorne Musik Ben Ich hab sie nicht Aber offiziell mache ich kein Clickbait, weil sie offiziell im Spiel ist Haha, ich liebe mich so sehr Ja, offiziell ist sie im Spiel, Alter Komm Wenn jetzt No-Joke Wenn der Typ jetzt noch reinkommt, dem was ich jetzt so erwarte dafür Da ist sie, Leute Da habt ihr es Hört ihr sie Machen wir es ja Clickbait Wo ist der Clickbait? Hä? Oh gut, Clickbait Noch eben vor, nicht? Musik Hä? Äh, nein Man hört sich noch immer noch Auf einmal schimmst du so Sie kriegt im Tiefen Okay, das war's Das wär's dann wieder komplett Okay, jetzt hört man dich wieder nicht De-Abo-Dislike Okay, Ben, wie du möchtest Wie gesagt, ich find's Ich find's aber kein Clickbait, hä? Ich sag den Vorne Äh, äh Äh, äh Vorne Äh, alte Vorne Musik ist im Spiel Offiziell ist sie im Spiel Ich hab nicht geschrieben, dass ich sie habe Also Meine Damen und Herren Bin ich Ich bin immer so klug und sicher aus der Sache draußen Woher Lange drei Minuten Das waren echte drei Minuten Wo willst du hin? Geh mal hier hin Weil ich muss ein paar Missionen machen Leute Checkt auf jeden Fall mein Instagram ab Ruf zacken Instagram Oder einfach in der Videobeschreibung Glaub ich hab ich's auch verlinkt, ja Oder einfach reingeschrieben Keine Ahnung Macht auf jeden Fall Ausrufezeichen Insta Dann kommt auf jeden Fall auf meinen Insta-Account Folgt mir auf jeden Fall dort Weil da hab ich's schon angekündigt Ich werde ab 1.11. Täglich Videos machen Einen kompletten Monat lang Einfach Ich kann's mir jetzt schon vorstellen Dass ich einfach Wenden Bullshit mache Weißt du, dass das Problem ist, Leute Ich arbeite immer bis 18 Uhr Außer einen Tag Und das Ding wird so sein Dass ich einfach keine Zeit hab Für Ja, und er kommt zur Kiste Angeblich Nimm den schnell Dings und flieh Man hört sie nicht Jaja, ich hab's wieder ausgestellt, Leute Sie möchtet das nicht Jaja, und das akzeptiere ich natürlich, Leute Einfach da gleich zum ersten Gebäude Kannst auch reinschweben, gell? Aber ich geh jetzt wieder raus, weil Ich möchte jetzt ein bisschen loben Äh, wenn du vorne sagst Denk ich immer, dass du noch Love dazu sagst Ja, das Ding ist Ich sag das eh fast immer Melissa, du weißt Bescheid Oh, neue Falle Aber die möchte ich halt hier jetzt noch nicht platzieren Äh, du weißt Bescheid Die Falle ist Äh, ah Äh, warte doch, ich platziere sie einfach Geh weg, geh weg Hä, platziere sie doch Hä, ich Letztens habe ich so gesagt Vornet, äh, Vornet, ich liebe dich Und dann habe ich halt zweimal Vornet Love kurz gesagt Also so Vornet Love, ah, was Äh, dann, ja Das ist halt kompliziert an deinem Namen Also erinnere dich bitte um Äh, zu HeyDilek Tv, oha Habe ich sie jetzt damit angereizt, dich Idiot Ja, sie ist da Sonst würde ich ja nicht So, äh, so Gerade miteinander reden Habe ich eigentlich auch gedacht Aber weißt du, wir warten mal ab Wir warten mal ab Also derweil Äh, macht sich alles richtig Stehst du, was ich meine? Ich behalte natürlich das andere auch im Auge Du weißt, wer mich meine, Melissa Also den anderen da Und wenn ich das einmal dann sehe Und dann Dann, dann Kommt die Wege, Alter Dann werde ich sie auf jeden Fall ficken, Alter Habe ich die Kiste abgebaut Ach, mein Gott, Alter Weißt du, manchmal läuft's halt nicht Manchmal läuft's halt einfach nicht, Leute Wenn euch der Kiste stream gefällt Wie gesagt, einfach gerne ein Like da lassen Pro Like, Leute Spendet, äh, hilft ihr Afrika-Kindern Ähm, um Essen Und wenn ihr das nicht wollt Ja, im Gebäude drinnen Okay, hab ihn Von oben Sorry, ich dachte Du hast es nicht so unter Kontrolle Ach so ausgeschaut Auf jeden Fall Ja, ja, ich seh ihn schon Ben, ich hab deine Ehre genommen Grad irgendwie Also ich hab mich da Mega gut versteckt Grad irgendwie Zwei Kills, Leute Was? Irgendwie Ich will Ich möchte auch gar nicht Ich will auch gerne Meine Schnauze Gar nicht vor dir so aufmachen Wegen Ehre genommen Und so, also Äh, fragt Melissa Wann wir 1 vs. 1 machen Fragt Mike Dollinger Keine Ahnung Weiß sie noch nicht, Mike Wie gesagt Sie, sie, sie ist auch nicht ehrenlos Sie möchte ja 1 gegen 1 machen Aber viel Stress Ausrede Mit Schule Ist, wirklich Schule ist einfach stressig, Leute Deswegen geht immer arbeiten Vertraut mir Ist auch stressig, aber Also Was? Nein Ach so eng Boah, ich dachte Du schlägst mein Mikro ist an Ich denke mir so Was lauerst du? Und, wie war's? Wie hast du dich gefühlt? So easy Wir waren so einen Tag davor Aha, Englisch-Test Kennst du so Leute, kennt ihr Oder kurz Ich frag kurz was Leute, kennt ihr diese Typen Also ich war selber so einer Die warst immer so So, ach, morgen Also ihr habt so einen Test Oder Schularbeit gemacht Denkt so Ne, ne, ne Ist nichts Ist nichts Ich hab verkackt Auf einmal die beste Note In der Klasse Und du denkst dir so Okay Hat die Lehrerin jetzt etwas Dazugeschrieben Das ist mal Bei mir mal, glaube ich Passiert die Schwerf alles Die Lehrerin Ich hab was Dort stehen gehabt Äh Äh, wie soll ich sagen Ähm Das hab ich nicht hingeschrieben Und ich denk mir so Lehrerin Hast du jetzt wirklich das hingeschrieben Äh, der Gorgel, nein Komm mit, komm mit Ja, komm einfach mit mir Ich hab ihn auch einfach Ich hab ihn auch einfach Ja Ja Also Oha Bei uns müssen wir drei Wochen warten Jahre lang Leute Frag Melissa an welchen Tag sie Zeit hat Welchen Tag hast du Zeit Äh, Fachmittelschule Sie hat Schularbeit, Montag Sie hat leider keine Zeit Sie Was Und ja Sie hat jetzt Mega viel Schularbeit Wahrscheinlich hat man sich Vielleicht wissen Gehört Nee Ich hab keine Ahnung Ähm Und am Abend hat sie keine Zeit Da Hat sie höchstens für mich Zeit Oder für Jonas oder so Würde ich jetzt mal dazu sagen Ja Ja, das hört sich jetzt dumm an Aber Das Ja Ah Da Äh 330 Äh Ja, ja Das hab ich auch Deswegen hab ich ja auch gesagt 330 Weil das hab ich gesehen Wo sind die, wo sind die Ich hab immer auf die besten Noten in Mathe Ich hab immer Nice, Alter Ja, ich hab immer die schlechtesten gehabt No joke, immer Äh, im Haus war ne Falle Der Hund, der Hund, der Hund Ja, moin Ja, okay, komm, aber komm nicht rein, komm nicht rein, komm von der anderen Tür bitte rein Nicht da Das ist die Falle Ah, wenn du jetzt da reingerangt wärst, ich schwöre es dir Achslack Ey Leute, die Ehre auf jeden Fall genommen, ich hab immer, okay Leute, wenn euch das im Gefällt, gerne mal einen Gännenleit nehmen, äh Ah Ah Sehr stark Arschloch Kleines Arschloch, Alter Anton Anton, du Arschloch Ey, du nimmst genau die Waffe, was ich möchte Ja, chill mal, jetzt muss ich Medikit nehmen, auf jeden Fall Und du, du und Jonas wollen ja zugucken Äh, Mike Ja, wir werden, wir werden auf jeden Fall dazu mal kommen, aber wie gesagt Ich, wie gesagt, äh, ab 1.11. Leute, ähm, hab ich eh keine Zeit jetzt für so, ich mein, Streams am Wochenende Äh, ja, aber wie gesagt, ich werde ja Daily-Videos machen Wo sind sie? SO Ah, okay, nein, 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 wir mischen uns nicht an Ja, chill mir mal kurz Ja, ich hab 900 Worte hier Nein, oder? Oh, geht nicht Wenn ihr euch den Stream gefehlt, gerne mal, äh, ein Dislike da lassen, Spaß Alles klar Da ist ein, da ist ein, da ist ein unsichtbarer Er denkt, ich sehe ihn nicht Hit, der hat ein Hit Hit, hinter uns, hinter, äh, ja, 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 hinter mir Ja, der andere kommt da Ja, da kommt einer Ey, es hängt bei mir Ey, was soll ich machen? Da oben, ähm Da bei der Treppe Ganz hinten ist noch einer, lol Achtung, warte, er wird, glaube ich, von hinten jetzt gleich gepusht Äh, Captain Knack, hast du keinen, äh, Trick, Bomber oder die Pickaxe? Nein, hab ich leider nicht, Leute Jetzt kommt Stream Bin gerade, ich hab nur geändert Gerade geht jetzt kommt Stream Ehrenmann, dass du wieder da bist Freut mich Schlag Push, push, push Hinter uns, hinter uns Ja, hinter uns Die von hinten Es ist so lächerlich, Leute Es kommt jeder von überall Wenn euch das zu mir gefällt, gerne mal ein Like da lassen Ich glaube, die pushen uns Ja I think Ja Oh was Ja, sie sind schon da gleich Ja, ein Push Ja, du musst Ja Ja, GG Hab full set Nice, Alter Alle Disliken Äh, alles klar Ich hab am Dezember keine Zeit Dann sind wir, äh, in Kur Okay, schön, alle Disliken Nein, Leute Alle gern mal Liken Ja, stark letzten haben wir zusammengezogen Und hast mich, und hast mich beleidigt Echt? Aha, jetzt weiß ich, wer es war Das war nicht ernst, mein Bruder Hab ich dir eh dann erklärt Weißt du, Dings Ähm, was war da nochmal Ich glaub, der hat Du hast mich da Ich war da mega abgefuckt, gell An den Tag Und dann Ich schwere, ich wurde das so verarscht Glaub ich von ihm So, tut mir echt leid, Karate Kid Äh, sieben Zuschauer oder Acht jetzt, lol Wie gesagt, Leute Die, was alle dann gleich mitspielen wollen Können dann gleich mal mitspielen Einfach mal Aussuchwürzeichen Epic machen Dann kommt man Epic Namen Einfach ändern Wenn ihr schon geändert habt Einfach warten Ich mach mich dann auf öffentlich In 3, 4 Runden Und dann könnt ihr beidrehen Und dann können wir sagen Dennis, moin Herz vom Stream Schön, dass du da bist Hauptsache, die schreiben es in den Chat Okay Und eine Sekunde später Lese ich es gleich vor, Alter Das ist urkrank Ja, weil ich selber mit Zuschauer Quasi Ähm Wo waren wir Fahrrad? Ich hab so ein kurz Ja, ja Land mir Land mir wieder hier irgendwo Weil ich muss die Mission machen Oder ja, hier Können wir auch machen Ja Wann hast du denn das letzte Mal gewonnen? Season 6 hab ich, Leute, noch nicht gewonnen Das ist ja das Das heißt, Leute Die, die was dann in Team kommen Rettet mich raus Und Melissa Aber Melissa schützt eh Gegen mich so richtig rein Also Da kenn ich eh keine Gnade Wir holen gleich einen Sieg Ja, Leute Wenn ihr einen Sieg mit mir holt Ehre Männer auf jeden Fall Habe ich es jetzt erledigt? Nein, ich glaube ich muss noch einmal landen Ich seh's halt nicht Ich meinte nicht festgeben Ich sei im Weg Äh Äh Oh, mein Kind ist Nee, oder? Du bist jetzt nicht Ja, ich auch Ja, super Nice, Melissa Das Ding ist Das Ding ist Ich hab's so bemerkt, dass du das andere markiert hast Und ich dachte, aber du schaust eh noch Dann siehst du Aha, okay, ich bin dort Ach, geil, Alter Mach Sextape an Der Typ So ehren Hä, schick mach Sextape an Ja, mein Ich kann nicht mehr Ah, ich werd mich kurz opfern, glaub ich Sextape Sextape Äh, äh Ich mach Ich opfer mich ja nicht Aber ich Ich push grad einen Hä, ich hab doch vorrauschen Einen Damage gemacht Hallo, Fornet Fornet, äh Server Aber warte kurz, warte kurz Bro, da links Chill doch Ey, wie die mir immer Weißt du, jeder gibt mir urviel Damage Hey, 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 hey Oh, doppelheaddy Ey, und jetzt mischt sich der ein Ich sag's euch Das ist so unglaublich, Alter Das ist so unglaublich Jeder mischt sich ein, Alter Du Fettsack, Alter Nein, nein, mach weiter, mach weiter Die gucken uns jetzt mal eine eSportlerin an Leute, jetzt alle Hashtag Orschloch rein spammen Wer ist das denn? Warte, ähm NoRiskFNR Äh, schreib mal wer du bist Weil du hast den Namen Ja, auf jeden Fall geändert Aber Hashtag Orschloch Ja, Hashtag Orschloch Leute, stellt euch das vor Diesen Pullover Und der Hashtag Orschloch Ähm Repatz Ah, okay Ehrenmann auf jeden Fall Messie Da waren Oh, Messie Oh, du Squad, oha Ah, äh, du Ja, moin Ah Darf ich auch Mod? Bin ja schon safe Halbes Jahr Da, weißt du ja selber Wie gesagt, aber ich gebe nur Mod her Wenn einer, also Die was aktiv im Stream sind Kann ja sein, dass du ein halbes Jahr dabei bist Aber warst du lang jetzt auch nicht mehr da Ich weiß, was du willst Sex, babe, ey Ja Äh, von in Luft Ersteck Orschloch Jo, der Wenz Jetzt spamt das Hör auf zu spammen, man Leute, also wenn es das jetzt nicht packt, alter Hui Ganz ruhig Ja, ganz ruhig Einfach Hashtag Ficken Ja, moin Hashtag Ohrschloch Hashtag Melissa Ui Jetzt werden die Hashtags fliegen Leute Supportet Melissa Dass sie jetzt hier gewinnt Mit Hashtag Ohrschloch Wenn du ihm jetzt tötest, gell von da Ich gebe dir 20 PSN jetzt auf meinen Nacken Gebe ich dir sowieso, aber ich meine nur Hashtag Das ist ja nicht für den Kurensohn Ja, oh Oii, ups Niko Lenslinger hat es kommt zu ihm Wie geht's dir? Hässlich? Ah, es kann auch Hashtag Arschloch, aber Hashtag Luki zeigt den Arschloch Ja, ich hab mir gerade die Hose runtergezogen und hab's gesagt Leute, bei 10 Likes, Leute, zeig ich meinen Arschloch Dein Arschloch, äh, ist eng Alter Leute, schreibt mal ein paar lustige Hashtags mit Hashtag Arschloch Der lustigste, also ich möchte einfach nur lachen, Alter, ganz süß Muss los Ich will ja nicht nur lachen, ich möchte mich anschweißen, okay, wir hören wieder auf, Leute Manche essen wahrscheinlich von euch, deswegen halte ich jetzt meine Schnauze Hashtag Luki ist behindert Alter, schau ich ja wirklich wegen Krebserregen da aus, oder so Bruder, ich bin nicht, äh, ich bin nicht dumm Okay, perfekt, wir warten Äh, Luki ist doch gut Luki, äh, Hashtag Missgeburt, Aka Lukas Alles klar Hashtag Missgeburt, Aka Lukas Alles klar Puh, soll ich weinen oder lachen, keiner weiß, Digga Ja, Digga Vor allen roten Benzer, Digga Wahrscheinlich ein Gegner Gehen mal 20 PCN, bin arm Und ich hatte auch, nicht Spaß Ich werde auf einen, Gott sei Dank, wahrscheinlich Wahrscheinlich 31er, 31 Warte, spannende Musik Lukas ist zu arm, muss spannende Musik einzublenden Dintpen Hashtag, wir nehmen seine Jungfernhäuten auseinander also wie gesagt wir alle ganz neuen hier ganz kurz am rande Leute ganz kurz am rande ab 1.11. wird es daily videos täglich videos auf diesem kanal geben vom 1.11. bis zum 30. oder bis zum 31. ich habe jetzt keine ahnung ich möchte auch nicht denken aber wird es einen monat lang nur werden bullshit geben auf diesem kanal also gerne abonnieren wenn ich es noch nicht getan habe oder freut euch einfach folgt mir einfach auf instagram rufzeichen insta und dann könnt ihr mir folgen dort hashtag po arsch po schlacht was po arsch ausschlag sagt mal digga digga ja digga ich mache jetzt auf aporette werde niemals vergeben digga ja digga wir gehen wie mich immer er ist oben gell sag mal boah ich kann es nicht aussprechen aber boah schweiß schwarze fußballspielerin nichts gegen schwarze die gs war wahrscheinlich in scope hör auf hier haben wir ein heitbot bei bei blä m b wer ja ja p er steckt melissa melissa muss los ich habe irgendwas gelesen melissa sammeln los hoi was muss ich überhaupt machen vorher lagerfeuer flash factory landen wir jetzt Luki muss anders los ich kann nicht mehr das will ich dass du mit einfach so ein Hashtag Dings können wir machen Leute warte ich frage mal danach Leute wie würdet ihr das finden oder würdet ihr das feiern oder so wenn Melissa jetzt vorgeschlagen ich soll mal so machen ohne zocken sondern nur mit der facecam live gehen und einfach mit euch reden habt ihr drauf Bock schreibt mal rein flash factory hab ich gesagt da kann ich Links unten am Arsch der Welt Luki muss los denn es gibt Spätzle mit Sauce die ist mir richtig krass lecker ich hab voll Bock jetzt auf Essen Leute ab morgen folgt unbedingt auf Instagram ab morgen werde ich eine woche lang täglich Fitness gehen weil ich eigentlich möchte ich immer Fitness gehen aber ja der Lauch bleibt aber Leute das heißt ich war ja wieder zwei wochen oder eine woche nicht weil ich immer arbeiten muss dann Motivation weg aber jetzt habe ich mega 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 die Motivation deswegen gehe ich jetzt eine woche durch Nein nein ich habe Arbeit aber ich habe die Motivation nach der Arbeit zu gehen weil ich einfach weil ich einfach nicht so bleiben möchte weil ich sehe die Entwicklung No joke es ist was gewachsen Leute an meiner Brust und mal was denn ah ja ich gehe in Fitness und meinen Schanzer Was So das ist immer lauter reden und dann so auf einmal Wenn irgendwas zu peinlich ist kommt oder was bei wer ist es so Leute man kennt es ja Der Meerschweinchen glän jetzt vom stream lang nicht mehr gesehen schön dass wieder da einschalten hast freut mich mega wie geht's dir? Nicht aber wohl lange schon die war schon das nicht weil es etwa an da Ey Mama Ich kann den Text nicht Ey Mama Ah keine Ahnung von wem das ist Hey Mama Worte ist ein Oder keine Ahnung Wie es jetzt geht Ja Euro Lu guys größe ist acht Millimeter Halt's Maul, Fake-Night-Bot, Alter. Ah, Melissa kann's bezeugen, Leute. 7 Millimeter. Nee, Leute, das ist ein Fake-Night-Bot. Das ist einer der Ersatzes. Muss los. Ey, ganz ehrlich, Leute. Also, wenn einer so frech kommen würde und er hat Leute... Und er sagt zu mir, jetzt wirklich beinhart so, dein Schwanz ist mega klein. Weißt du, was ich da wirklich antworte? Frag einfach deine Mutter. Weil, ich meine, das Ding ist... Schlecht wäre es, wenn seine Mutter dann auf einmal im Krankenhaus liegt, weil sie wirklich intime Schmerzen hat. Und du das also so sagst, hat sie nicht Schmerzen. Sie liegt im Krankenhaus, ja. Ayah-Luki, neue Freundin am Start. Was bei mir? Wie meinst du denn? Hol-Z-L-B-B-B-Johram-Shirt. Hol-Z-L-B-R-Mann, jetzt kommst du. Wie geht's dir? Äh, warum nicht Schule und als was arbeitest du? Äh, warum Schule? Schule bin ich einfach wirklich zu schlecht und ich hasse Schule. Also, wie gesagt, aber ich vermisse die Schulzeit auf jeden Fall. Die Leute wirklich, die was sagen so, sie vermissen die Schulzeit nie. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Mal vom, vom, vom... Bubble, jetzt Sprachen lernen. Gut, endlich. Tisch. Ayah-Luki, neue Freundin am Start. Sag jetzt mal, hä? Was? Tisch. Hä, was? Leute, damit ihr in den Hey-Luki-Armen kommt, alle Dislike... Halt dein Maul, Alter. Britz, hör auf. Leute, wie gesagt, wenn ihr in... Äh, es wird auf jeden Fall... Äh, ich hab etwas überlegt, Leute. Das darf ich euch noch nicht sagen, weil sonst... Oder darf ich das schon sagen, Melissa, was wir heute mal besprochen haben mit den Dings? Du hast hier mit den Dings da... Ähm... Hashtag Arschloch. Er ist ein Gegner bei mir. Ob bist du? Ja, was sollen wir machen? Er hat nicht gar nichts. Und hat einfach gut gespielt. Hä? Gut. Leute, er ist wieder auf jeden Fall... Oh, ehrenlos. Hör auf, Alter. Hör auf, Alter. Hör auf. Hör auf, er finisht mit der neuen Sniper, ja? Hör auf, du bist scheiße. Er hätte mich getroffen jetzt, Alter. Also, Leute, man hört Melissa kaum. Ja, das ist Absicht, sie möchte es nicht, Leute. Und das respektiere ich. Äh, also, Leute, ihr könnt das in so ein Pullover, Leute. Wird es... Bald geben mit... Also, quasi mein Merch. Versteht ihr, Leute, was ich meine? Den wird es aber nicht offiziell zum Verkauf geben, Leute. Erstens, ich möchte euch kein Geld aus der Tasche ziehen. Zweitens, es wird sowieso keiner kaufen. Drittens, ich müsste den Merch wahrscheinlich da als mehr als drei... Oh Gott, das im Stream. Alter, das im Stream. Das gibt Hate. Ja, aber drittens, drittens, der Merch wird wahrscheinlich da mehr als 30 Euro kosten müssen, dass ich überhaupt Umsatz mache. Leute, versteht ihr, was ich meine? Deswegen... Zack, werde ich der Exemplarträger sein von diesem Merch. Was umstehen wird? Hashtag Orschloch oder Hashtag Lucky Army? Und ich habe noch keine Ahnung. Aber das wird offiziell... Ja, kommen. Wenn ihr 5 Dislikes kriegen, verlost Lucky eine 50 Euro PCN-Karte. Halt dein Maul, Alter. Bei... Leute, bei 100 Likes machen wir das. Das heißt, wenn ich gewaidet werde, und... Nein. Okay, wir machen ganz kurz Spielwiese und dann... Leute, machen wir ein Team. Kennt ihr euch... Ihr euch alle privat? Nein. Privat kenne ich keinen von hier im Stream. Melissa kenne ich... Ich kann jetzt auch nicht privat sagen. Ja, doch. Melissa zähle ich jetzt schon als Privat dazu. Paul Berger. Ersteck Paul Berger. Ja, moin. Ah, ja. Puh. Also, wenn das ans Tag aus Sicht kommt. Aber jetzt noch schau, ich habe mir das überlegt, Melissa. Weil so Jonas, du und ich... Ich sage jetzt mal so... Vielleicht so eine Gang. Also, das hört sich jetzt so behindert an. Gang, Alter. Wir sind die richtige Gang. Pimmelberger. Moin, ich kann ja, du. So ein Merch von uns. So quasi so ein... Ähm... YOLO Melissa. Schöres Boy. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. YOLO BIN 9. Machst korrekte Livestreams. Vielen, vielen Dank. Wo gehst du jetzt hin? Du idolwissen. Vielen Dank auf jeden Fall. Freut mich mega. Das ist dir, äh, das ist dir gefällt. Geben tiltet, oder? Herzlich willkommen auf meinen Kanal, mein Freund. Oh. Ja, ich komme jetzt hin. Haha, was? Ich bin fame. Ich habe fast 1K auf Insta. Ja, wahrscheinlich alles fake. Äh, scheiße. Äh, kauf deinen Merch auch für 100 Euro. Holzt LP, wenn du das machst. Also, Leute, schreibt jetzt mal rein. Das wollte ich eigentlich eh fragen. Wer würde sich, ähm, ein Pullover quasi kaufen? Das Ding ist, ich würde als erstes ein Pullover machen, weil jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Ah, das ist ja wirklich schlau. Nee, aber wirklich, ein Pullover, ich sage jetzt mal, nur 10 Stück oder 5 Stück. Also wirklich jetzt nur zum Testen. Und das sind wirklich die ersten Exemplare, verstehst du? Weil ich will jetzt auch nicht so 400 Euro ausgeben für sowas und dann verkauft sich's nicht. Leute, weißt, ja, Leute, ich bin jetzt auch nicht geldgeil. Ich möchte auch hier nicht zu viel verkaufen. Aber versteht die Leute, wenn ich das jetzt alles um 20 Euro einkaufe pro Pullover und ich verkaufe ihn um 5 Euro, Leute, versteht doch? Äh, und den verkaufe ich dann auf einmal um 10 Euro, Leute, und dann mache ich ja 20 Euro oder 10 Euro nicht Umsatz. Versteht die Leute? Und ich meine, wenn man das schon so macht, möchte man ja auch wenigstens einen Umsatz ein bisschen. Aber, Leute, ich möchte auch kein Geld aus der Tasche ziehen, deswegen will ich auch so korrekt sein und möchte, ja. Ist alles noch, ist alles noch in Planung? Sage ich ja, du Idiot, deswegen frage ich ja, warum willst du dorthin? Ach, mein Gott, Melissa. Ähm, ich, ich, ich. Scheris Boy kommt neu in den Stream und sagt, ich verkaufe seinen Merch. Ich, Holt CLP. Leute, hey, LukiTV verkauft seinen Scheiß für eine Million Euro jetzt alle Pimmel, Hashtag, Pimmelberger. Halt den, oh, ruhig. Ja, dann gehe ich auch auf Team 4, dass ich da wenigstens, ach, mein Gott, bin ich behindert. Also, wie gesagt, Leute, ist alles noch in Planung. Es gibt ja nur zwei Teams. Seh, moin. Haben sie auch neu gemacht. Ja, haben sie auch neu gemacht. Egal. Ich will ja mein Meerscheinchen drauf wetten, dass ich nichts gekauft habe. Okay. Also, wie gesagt, ist alles noch in Planung. Es wird wahrscheinlich, ich hab's jetzt schon so in Kopf und wird wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, wenn, wenn das jetzt so durchgesetzt wird, wird es auf jeden Fall ein Pullover werden, weil ich finde generell ein Pullover mega nice, dieses Dings. Ja, hoodies, das sind mega geil. Und da wird es aber nur fünf Stück geben, würde ich jetzt mal, weil, Leute, ganz ehrlich, limitiert, weil ich erstens, ich möchte nicht schauen, wie viel wegkommen. Erstens, ich sag jetzt mal so, ich erwarte, ich würde sogar nur, ich würde sogar nur glauben, dass nicht mal fünf Stück weggehen, Leute, ihr wisst, was ich meine. Aber, ja, Leute, ja, das ist halt wirklich so. Leute, ich mach das nicht wegen Geld, Leute, das heißt, ich überlege überhaupt, wenn ich das um 20 Euro einkaufe, Leute, wie gesagt, ihr müsst euch mal reinversetzen, kauft ihr jetzt 20 Euro den Pullover ein und verkauft ihm dann um 10 und macht 10 Euro Verlust oder macht ihm teurer. Wie gesagt, ich schau auf Webseiten, Leute, wo ich es vielleicht sogar urbillig machen kann. Also, das Ding ist, ich möchte es eigentlich was Gescheites haben, aber wie gesagt, wenn ich es zum Beispiel um 10 Euro mache, Leute, dann ist es 5 Euro auch egal. Versteht ihr, Leute, ich möchte es auf jeden Fall billig verkaufen, so 10 Euro oder 5 Euro, wie gesagt. Ja, Material muss auf jeden Fall gut sein, dass ich es mir auch anziehe. Wie gesagt, es ist nicht, dass ich Geld machen möchte, weil, Leute, wenn ich Geld machen möchte, damit würde ich es nicht jetzt machen. Versteht ihr, was ich meine? Dann würde ich die Merch jetzt nicht jetzt machen, weil, erstens, ich sag jetzt mal so, ich habe 300 Abos, davon sind 10, 20 aktiv vielleicht, in meinen Videos, Livestreams und das bringt sich nichts, Merch zu verkaufen. Aber ich habe mega, mega Bock, einfach ein Merch von mir zu haben, verstehst du? Und Leute, der Merch, viele denken sich so, hä, warum dauert das so lange? Seite aufbauen, einfach mal Zahlungsmöglichkeiten und einfach dann einfach Heloki TV machen. Aber Leute, ich möchte mir was Ausgefallenes machen, was mich, nur mich betrifft. Weil, Leute, wenn ich jetzt Heloki TV mache, erstens, Heloki TV, ähm, gibt es vielleicht, wir sehen so, Hate-Kommentare, ey, da ist ja, hey Moritz, bla bla bla, keine Ahnung. Deswegen überlege ich mir da irgendwas Spezielles, vielleicht eine Unterschrift nur von mir oder vielleicht eine Namensänderung, sogar auf YouTube und dann halt mit dem, keine Ahnung. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall mir was auswählen lassen und nicht einfach irgend so ein Merch bringen. Am Anfang wollte ich Hashtag Orschloch bringen, aber ich habe eigentlich gesehen, damit wird keiner rausgehen aus der, in die Welt. Äh, Bo, habe 110 Abos, soll ich pushen, weil ein bisschen Support. Support ist kein Mord, wie gesagt, wenn ihr mich, wenn ihr mich feiert und mich supporten wollt, gerne den, äh, ähm, Kanal, gerne, äh, komme ich jetzt weiter, abonnieren und teilen, würde mich mega freuen. Und wenn ihr mich pushen wollt, ist eure Sache, ich zwinge hier keinen. Wie gesagt, ist ja, ähm, alles Support-Sache. Bei 5 Euro kaufe ich 3, aber wenn ihr das macht, so. Wie gesagt, ich probiere, äh, ist ja alles noch in Planung. Vorhabe ich, dass es kommt, weil ich war jetzt eigentlich mega, aber, ja. Wie eine Seite? Ja, ja, ich glaube, ich werde es sowieso dieses Wochenende schon machen, so. Ich weiß noch nichts genaueres, Leute, aber, wie gesagt, ich sage es jetzt offen und ehrlich, ich habe es eigentlich schon dieses Wochenende gebannt, irgendwie so zu überlegen, verstehst du? Also, wie gesagt, glaube ich, ich kann es euch nicht versprechen, wann es kommt. Vielleicht kommt es erst in einen Monat oder zwei Monaten oder gar nicht. Ist so, Leute, wir müssen erstens, zuerst ein Design überlegen, dann die Website aufbauen. Das erste, was wir auf jeden Fall machen, ist die Website, glaube ich, aufbauen, weil ich denke mal, wenn wir die Website haben... Wie Adressen, oh, ey. Also, wie gesagt, Leute, ähm, aber warte, machen wir das nicht professionell? Achso, ja, doch, 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 ich muss ja schicken, stimmt, stimmt, entschuldigung. Ja, ja, äh, Leute, äh, das Ding ist, ähm, wir würden das auch so machen, also, nur kurze Vorwarnung, vielleicht denken manche so, ja, okay, ganz gechillt, ich kaufe mir einen, der wird dann zugeliefert. Das Ding ist, ich bin jetzt auch nicht so professionell, das heißt, die, ähm, die Pullover, wenn ihr zum Beispiel ein bestellt, ähm, brauche ich eure Adresse, das heißt, Leute, ich schicke euch den zu, das heißt, ich habe dann eure Adresse, aber, Leute, vertraut mir wirklich, ich mache nichts mit Adresse, die Adresse, ich schicke ich einmal den Pullover hin, hebe ihm auf, Leute, und wenn ihr ihn dann habt, ähm, einfach auf Insta markieren, weil dann weiß ich, okay, es hat alles geklappt, und dann, wenn ihr ihn habt, werde ich auch die Adresse wieder löschen, und, no joke, jetzt, Leute, ich bin nicht so ein Hurensohn und dann stalk ich euch oder so, oder schicke euch was, einfach so unnötig. Ihr vertraut mir wirklich, da bin ich, das kann jeder sagen, vertraut mir, aber wirklich, ich bin einer, der, was selber, wirklich sehr vorsichtig ist mit Adresse. Ja, und was bringt sich die Adresse, also, Melissa flüstert mir gerade alles ein, hier, aber es ist auch gut so, sonst vergesse ich alles. Warum die Adresse, wenn ihr was bestellt und 5 Euro gezahlt habt, wie gesagt, brauche ich eure Adresse, dass ich den Pullover versenden kann, an die Adresse, wo ihr ihn haben wollt, nach euch nach Hause wahrscheinlich, und dann liefert die Post ihm dorthin, auch nach Deutschland, also, keine Sorge, Deutschland ja auf jeden Fall auch, ähm. Abonniert, also, du. Jo, bo, kannst du mich abonnieren, äh, können wir jetzt Community Games zocken? Äh, ja, machen wir gleich, wir machen jetzt kurz ein Duell und dann machen wir Community zocken. Ja, also, wir machen jetzt kurz ein 1 gegen 1, Leute, und dann, ähm, ja. Ich hab auch keinen Sniper. Ähm, also, wie gesagt, das ist alles noch was zu überlegen. Ben, wie gesagt, ich möchte einen Merch machen, wenn, oder ein Pullover für mich, quasi, weil, das Ding ist, ich kann jetzt sofort alles gleich machen, aber, weißt du, ähm, das Ding ist, wir müssen das erst durchplanen, wie wir das wirklich mit den Adressen durchziehen, weil das ist ja, das ist ja wirklich keine leichte Sache, Alter. Leute, ihr müsst euch denken, ich, 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 ich muss die Website komplett machen, also, die Website ist jetzt auch nicht so kompliziert, wir werden das einfach so machen, mit, wir müssen die Hoodies mal designen, also, das designen, wow, aufdrucken, das war's, aber, Leute, ich möchte auf jeden Fall etwas, äh, was nur ich habe, und was nicht so kopiert ist vielleicht, oder was andere, und was andere dann auch kopieren, ist irre Sache, aber, wie gesagt, äh, wenn ihr mich supporten wollt, kauft ihr sowieso den, äh, Merch, dann wahrscheinlich bei mir, aber, ja. Wie gesagt, ich möchte auch nicht an die große Glocke, das hängen so, Merch, bla bla bla, wie gesagt, das ist einfach nur so, ich würde, ich muss ihn auch nicht verkaufen, Leute, wie gesagt, ich werde einfach nur 4, 5 zur Verfügung stellen, das heißt, 4 von, oder 5 von euch können exklusiv diesen, Merch schon auch haben, diesen Pullover, sonst würde ich den Pullover fast nur für mich machen, und vielleicht, wenn du mir listen möchtest, aber ich glaube, du möchtest ihn nicht. Hello, that is my old friend. Und, du musst ihn nicht bezahlen, du bist ihm sogar gratis zugeschickt bekommen. Oha. Und, Leute, das klasse ist, ja, wir können dann auch ein paar Gewinnspiele machen für diesen Pullover. Ist halt das Lustigste. Und, wie gesagt, ich, ähm, und wenn jetzt viele denken, so, ach, so ein Geldgeier, ich verkaufe ihn sogar, wenn es geht, äh, ich probiere es natürlich ein bisschen Umsatz zu machen, Leute, dass ich nicht 20 Euro ausgebe und dann um 5 Euro oder 10 Euro verkaufe, Leute, ihr müsst auch mal ans Geld denken. Aber, warte, ich hole mir noch den Lootjob. Ähm, ich werde ihn auf jeden Fall ziemlich billig verkaufen. An 5, äh, 10 Euro auf jeden Fall, oder? 10 Euro. Leute, 10 Euro, 10 Euro ist jetzt auch nicht so teuer und auch nicht so billig, will ich jetzt auch mal so sagen, 10 Euro ist perfekt. Wie gesagt, ich glaube, ich würde es so machen, dass man mit Paypal zahlen kann, Leute. Paypal ist auf jeden Fall gut, Leute, das Geld kommt dann auf meinen Paypal-Account. Es ist wie eine Spende, Leute. Und die Größen, das ist das Nächste. Deswegen, Leute, siehst, Leute, seht ihr, die Größen. Das Nächste ist, was machen wir mit den Größen? Ich bestelle auf jeden Fall nicht von jeder Größe 1. Versteht ihr, Leute? Wenn wir jetzt zum Beispiel 2,1 kaufen und auf einmal die Größe nicht haben. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn ihr eins bestellt, schreibt ihr quasi mir, wenn ihr es wirklich gezahlt habt schon. Also nichts davor geht nichts, Leute. Ihr zahlt es. Also jetzt hört sich das wieder so geldgeil an. Aber Leute, wie fühlt man sich so? Ihr sagt so, ja, ich möchte den Größe L haben. Dann bestelle ich den quasi vor oder ja. Und dann auf einmal habe ich den ausgegeben, das Geld auf einmal sagt ihr doch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn ihr... Ist so, ist so. Leute, das ist auch eine gute Idee. Wir machen so, Leute. Ah, Siri hat sich geöffnet. Wir machen so, ähm... Siri, du... Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier im Chat seid mit mir und ihr wollt ein Pullover haben zum Beispiel, könnt ihr zum Beispiel mir eine Spende geben, zum Beispiel 10 Euro, das ist quasi bestellt. Und ihr schreibt als Text dann ganz wichtig, das werde ich dann auch, wenn der Pullover wirklich offiziell dann erhältlich ist, ähm, ähm, sagen, wenn ihr spendet und mit 10 Euro schonet und ihr wollt aber das Geld für den Pullover ausgeben, also für den Pullover, dann schreibt ihr bitte in den Chat für den Pullover oder, ja, einfach eine Anmerkung, dass ich weiß, okay, für den Pullover, dann auf jeden Fall werde ich mit euch in Kontakt treten, auf Insta oder generell so. Und, ähm, dann, Leute, äh, schreibt mir die Adresse und die Größe natürlich. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nichts ausnutzen mit Adresse und so, so ehrenlos bin ich auf jeden Fall nicht. Das könnt ihr mir vertrauen. Und dann muss ich auch noch überlegen, von wo ich es wegschicke, weil sonst wisst ihr, wo ich wohne. Alter, das will ich nicht. Kannst du eine Website programmieren? Ja, können wir. Oder wahrscheinlich ist es schwer im Läsern. Leute, das Ding ist, es gibt so leichte Methoden schon Webseiten zu machen, da gibt es jetzt so eines, ist wirklich so, ist wirklich so, ist wirklich so. Die erklären dir wirklich alles. Jetzt nehme ich euch alle mit zu meiner Küche. Jetzt wird erst mal C gemacht, in vorne ein Loch stirbt gleich, das ist nicht gut. Ja. Also wie gesagt, Leute, bleibt auf jeden Fall alle dran. Wir machen auf jeden Fall jetzt gleich Community Games. Ich bin jetzt ready, bist du ready? Okay, let's go. Wir machen jetzt ein Duell, und dann könnt ihr alle mitspielen. Ja, Website machen ist easy, aber nicht mit Shop und allem. Wie gesagt, wir müssen uns das überlegen, ob wir das wirklich offiziell so mit dem Shop machen, oder ob wir das offiziell über nur ein Livestream machen, quasi, Leute, oder über Insta, oder ihr wisst, was ich meine, dass ihr mir spendet, 10 Euro zum Beispiel, und ihr schreibt so, ja, komm, ja, und dann erst, und ihr schreibt dann so, ja, ich schreibe mich dann an, also im Privat natürlich, schreibt mich an, ja, Größe L bitte, ähm, und dann würde ich sogar sagen, weiß oder schwarz würde ich sogar aussuchen lassen, oder, weil schwarz und weiß, ich meine, das ist so eine normale Farbe, die zwei, das heißt, ihr könnt ihn schwarz oder weiß wahrscheinlich, wie gesagt, für näheres Leute einfach auf Insta auch gerne folgen, auf Insta werden wir vielleicht näheres auch bekannt geben dann, aber vielleicht machen wir es mit der Website, oder doch, im Livestream, dass ihr im Livestream spenden müsst, und das wir es dann im Livestream erklären, oh Gott, Leo, äh, moin moin, was geht, bin neu hier, direkt Abo, like und Glock aktiv, nice, herzlich willkommen streamen, herzlich willkommen auf meinen Kanal, danke schön, auf jeden Fall Ehrenaktion, kommen auf meinen Stream, auf jeden Fall für alle ganz, 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 ab ersten 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 elften wie sie täglich einen monat lang videos geben und da auf jeden fall gerne glocke aktivieren heute da wird es auf jeden fall in den bullshit geben oh gott ja auch gott aber ich gibt ja auch mega hits gern kommt man da eine autogrammkarte zu das ist genau das leute was das ist mega gute idee leute dass da wer weiß ich möchte nicht abgehoben klingen okay aber leute ich glaube ich möchte nicht abgehoben sein aber ich sage jetzt mal ja oder sicher leute die allererste ja ist und und das dankeschön leute hat auch melissa gerade bestätigt das ist eigentlich gut alter ganz ehrlich was leute man muss einfach nur mit minister so ein paar minuten reden und man hat okay wir gehen online games ja und ne also man redet so ein paar minuten so über das thema und ihr habt jetzt schon einen kompletten plan ab ersten 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 elfen ja wie gesagt leute ich werde das auf jeden fall so machen als kleines dankeschön kriegt auf jeden fall etwas rein nicht die autogrammkarte nicht dass jetzt denken so oder als dankeschön kriegst du eine autogrammkarte ein brief wo steht vielen dank für ihren kauf warte ich bin am kacken kommt gleich da ist also leute wie gesagt er steckt epic um herr stecker ich sagt er rufzeichen epic leute dann könnt ihr erkundt könnt ihr meinen epic namen sehen dann könnt ihr mitspielen dreht einfach mal bei was wie gesagt wie sagt unser stream leute wie gesagt es wird ab morgen ab samstag nichts krasses verändet verändert aber es wird morgen wahrscheinlich ein video ankommen nehme ich mal an und leute hinten hier könnte es sind bei der landkarte hier einem hier ja könnt ihr sehen hier das ist die landkarte hier und ja hier genau und hier wird auf jeden fall was gutes kommen für den hintergrund für den stream leute mehr verrate ich jetzt mal nicht wie gesagt da ein bisschen noch schön es kommt mega viel wie gesagt wir müssen da die website machen alles blablabla aber vielleicht machen wir auch sondern wir machen quasi werbung im stream blablabla also wir überlegen uns das noch alles wenn euch das gefällt dann gerne ein like da lassen und kostenlos abonnieren danke für elf likes zwei dislikes habe ich gar nicht mitbekommen auf vielen dank für elf likes leute freut mich mega 399 abo soll er wenn ihr noch nicht in der besten army seiten ok keine ahnung aber ja dann kann ich abonnieren kostenlos natürlich also leute no joke leute viele denken sich so kaufen muss nicht sein aber wie gesagt leute wenn ich probiere es ja eigentlich billig herzustellen jetzt denkt sich so jeder a kinderarbeit blablabla das will ich auch gar nicht unterstützen jetzt so ehrlich gesagt aber das ding ist sollte wenn ich den pullover um 20 euro kaufen ich habe schon ein bisschen nachgeguckt 20 euro und dem dann um zehn euro verkaufen ich möchte euch ja auch nicht so viel geld aus der kasse ziehen und manche können euch das auch nicht leisten nicht böse gemeint aber viele dürfen nicht so viel ausgehen versteht ihr was ich meine meine ähm was naja ist so 20 euro ist mega viel und leute da muss ich ja wieder da muss es aber ein bisschen teurer verkaufen was steht ihr warte leute weil gut wenn ich es um 20 euro kaufen möchte ich auch leute ich sag's euch ehrlich schön ist es natürlich wenn man ein bisschen umsatz macht aber ne ich will ja auch keinen umsatz machen versteht die leute es ist einfach nur so Dings aber stellt euch mal so vor sein pullover ist und richtig nice und dann ein hashtag oder irgendwas auf jeden fall was mein merch ist ultra instink jetzt rum im stream wie geht's dir Schön dass du da bist wie geht's dir jeder mod einen gratis jeder mod ein gratis das ding ist leute es wird auf jeden fall Gewinnspiel geben wo ich auf jeden fall ein pullover auf jeden fall verlose weil sonst kriege ich sowieso wahrscheinlich die pullover nie weg das denke ich jetzt schon Spaß aber ja Wie gesagt wir wollen melissa Ich möchte auf jeden fall ein pullover haben ich möchte jetzt nicht sagen so ok rasch 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 hier dieses mal qualität hier bla 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 Ich kann kein deutsch mehr Aber egal Wisst ihr was ich meine leute es muss auch jetzt nicht hoch qualitativ Tief sein aber so ein pullover wo ich sage der ist warm der ist einfach geil und einfach ja Wie gesagt viele die was ich zu denken so Bruder du hast so wenig abos oder warum warum soll ich den überhaupt kaufen Das ding ist leute ich möchte auch kein geld damit zu verdienen also natürlich Man erhofft sich natürlich das so dass man ein bisschen gewinnen vielleicht macht so Nebenbei so für die kasse 1 It's no hate Ja aber it's no hate aber leute ich feier es einfach so ein mega pullover weißt du ich Ich hab nichts drunter an Mir ist mir weißt du mir ist auch nicht mega heiß der pullover ist einfach angenehm Ja weil ich zu faul bin ein level zu holen ich gebe es ehrlich zu Aber der pullover ist mega nice Und wie gesagt so Paul ist kein Mord das heißt einfach 10 5 Euro ausgehen und dann zack man hat sein Ja Nein das bin ich nicht dass der Lost André Ah ich sehe ja ja perfekt da oben am Dach ist wer Ah geht nicht Am Dach ist wer Machen wir aber dann auch ein paar Missionen weil ich muss Ja es ist auf Oh das sind vier Team äh das Komplettes Team glaube ich Oh der hat kein Blue Life mehr Der oben der rote Ritterinnen Ah ah down 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 Es ist mir gesagt Leute, Support ist auf jeden Fall kein Mord Hedi Hab ihn Nein, das war ich Chill Ja, das ist ein komplettes Team gewesen Bin beim Fenster Geh weg Melissa Melissa Was Ja, ich hab ihn durchs Fenster geholt Sag ich ja, Alter, ich war beim Fenster Halt dein Maul, vier Kills, Alter Ich hab den, ich, deswegen sag ich ja, ähm, ich hab ja, ich hab ja, ich bin ja durchs Fenster Deswegen sag ich ja ein bisschen auf die Seite, dass ich ihn da irgendwie holen kann Mit meiner Hasswaffe, ich schwere, ich kann mit der Burst gar nicht umgehen, so gescheit, gell Nein, ich bin ja nicht schlecht mit der Burst, aber ich sag jetzt mal so, es gibt bessere Waffen mit denen, was ich besser umgehen kann Ähm, so Ähm, warte, kann ich glaub ich nicht mitnehmen Ich bin mal voll mit Blue Life Ja, warte, hier ist ein Mini Ähm, so So, Leute, im Chat, ähm, gerne mal ein kostenloses Abo da lassen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, wenn euch das Team gefällt Ist natürlich, äh, eure Sache Wird mich mega freuen Ähm, den hast du schon genommen Alle die, alle die spinnen, mega nice Doch, hast du Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen Wer ist tot? André ist tot Ich schwerf alles, ich hab's doch gesehen, dass du es genommen hast Es ist gar im Stream Egal Dann, dann gehen wir einfach weiter Ah, ne Skar, Alter Black Skar und ne Skar, da sind jetzt eh noch Minis Ja, du kriegst die Black Skar Und hier Nein, da, ja Ey, er geht auf mich Ey, was ist das? Hä? Hä, das ist urlächerlich Das war ja No Name Ey, das ist so bitter Das ist echt so bitter, dass der uns geholt hat Nach so einem Love Vier Dislikes, oha, viele haten mich Ja, nice Ja, kann's mal machen So Leute, ihr könnt alle mitspielen gerne Einfach nur in Und beitreten Was hab ich da gefunden? Hä? What the fuck Hm? Ah, man hat dich glaub ich eh nicht Aber du kannst ein Screenshot machen und schicken So Leute Wer ladet mich da ganze Zeit an? Der kann ja beitreten Hast du geschickt? Ja Also sie wird gerne Okay Wer fährt? Ja Also das erste Oh, das ist dieses Loch, Alter Oh, das ist dieses Loch, Alter Können wir mal überlegen So, weil, wie gesagt, ihr könnt alle mitspielen einfach mal gern beitreten Und ich finde gerade, das neun, nicht, damals Also ich hab da fünf Missionen Ähm, Straßenbeleuchtung muss ich noch tanzen Lagerfeuer Hier muss ich auf verfluchten Gebiet noch Drei Mal Dankeschön Nutze einen Schattenstein Verschiedene Matches muss ich noch ein vernutzen Das heißt, wir können es gleich machen Äh, okay Okay, Schatzschützengewehr auch Habe ich eigentlich gemacht Dann spielen wir einfach nur zu dritt Wenn keiner da kommt Ich hab immer noch ein Hashtag drin Hashtag Arschloch Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hab, gell Wie hab ich das gemacht? Da oben steht Hashtag Arschloch Und auf einmal in der U-Bahn wieder, jetzt wird zusammengefützt Oh, damn, we're all in trouble Also, du machst so ein Muskel Oh, damn, we're all in trouble Ey, wo bin ich denn? Come on Ne, hinterm Bus, alter Das ist ein Bug Scheine Stream Landen wir hier Ja, hier, weil da war ich noch nicht Na, hier Bruder, ich muss Ja, ich muss hier hin, Leute Es tut mir echt leid, aber ich mache ein paar Missionen jetzt auch nebenbei Weil ich da Bettelpass hochkommen möchte Ich glaube ich nicht Wo ist das andere? Achso, da ist hin mit Ja, aber hin online nicht, glaube ich, oder? Achso Ja, ich hab die Mission jetzt auf jeden Fall gleich erledigt mal Sind fünf Stück Ja, drei Kisten nur für mich So, ich nehme jetzt den Schattenstein Dann habe ich die Mission erledigt Perfekt E-Kan-E noch rein PS, du hast 400 Abos Echt? Kann ich mal gucken gleich Ja, nächste Runde kannst du mitspielen Yami Bakura Jetzt kommt Stream Ich weiß nicht, ob du jetzt neu bist oder nicht Aber ich sage jetzt mal auch für dich Einfach Ausrufezeichen Epic Und dann kommt eben mein Name Einfach Eden Ich nehme alles an Ja, ich nehme auf jeden Fall alles an Ey, lass doch ihm in Ruhe Ah, ich hab so abgestopft Sorry Sorry, mein Mann Er denkt, er kann sich mit Drehbewegungen gegen uns Echt? Na, machen wir das mal Ey Er ist Lookmark Z-20 Stark Alter, ich dachte, das wärst du gewesen Er hat eine Shotgun, ich nicht Ja Das ist komplettes Team, glaube ich da Hab LOL 500 Abos für Dislex 12 Das war's dann Nehme ich an auf jeden Fall hier Zack Ja, die Äh, glaube ich finischen mich Ah, da bist eh du Ja, man kann es auf jeden Fall jetzt nicht mitspielen Leute, vielen Dank für 400 Abos Äh, glaube ich zum vierten Mal oder so Ihr abonniert dann auf einmal Aber vielen Dank auf jeden Fall Egal Okay Okay, zwei verfluchte Gebiete Leute, zwei verfluchte Gebiete Na, geht einfach Gibt auch viel zu viel, wahrscheinlich Oi Xbox Player Xbox Player? Nee PS4 Player Ehrenbruder Und der Typ spielt auf Xbox Der andere Ja, der ist auf Xbox Ist der ja, der auf Fernse und Xbox Zeichen Ja, ich krieg 200 V-Bugs dann Bei der nächsten Bei Stufe 18 Oha, danke Leute, ich nehme jetzt seit langem wieder mal einen anderen Skin und dass diesmal die Cowboy Girl, keine Ahnung Ich nehme jetzt mal einen anderen Skin und dass die Cowboy Girl, keine Ahnung Was? 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 Das Ding ist es ist ein viel zu viel Crtalks Oder Eh Ralfüßig im Topat zu bewerfen Ey jetzt reicht's aber Arschloch Ich bin lost an den Nice Ben Ah ist ja Ben Ich auch noch nicht Dann geh mal hier Ja Muss nicht unbedingt sein oder Arschloch sagt man nicht Wir haben Kinder im Stream Stimmt, Entschuldigung an alle Kinder Vornedorf Mann bin ich echt lustig Ne wir haben keine Kinder drin Auf einmal Fünfjähriger Mama was heißt denn Arschloch Das halt so Irgendwann Er kriegt sich nicht gar glaube ich Arschloch Äh family friendly Haha als Mama ja Ja es ist natürlich Hier wirklich familienfreundlich Arschloch Du Arschloch Du Arschloch Das ist alles hier familienfreundlich Du Arschloch Ihr Wichser im Spiel Ich fick euch alle Nein Hey Das habe ich von Monte ein bisschen abgeguckt Das fand ich so richtig lustig Leute Wo Monte so geredet hat Auf einmal der Gegner hatte nur 1 AP Und er sagt er redet so ganz normal Ja Leute Hey Ein AP Ich hab so tot lachen Ich hab mich so tot gelacht Ich schaff alles Hey Melissa was machst du denn nach der Runde also wenn du aufgehst Ja Ehrenfreude Da sollte ich dich fragen ob du das vielleicht auch machst Also du musst es nicht machen Also du musst es nicht machen aber wenn du also wenn du nur möchtest Kriegst natürlich 1% von den Einnahmen natürlich man kennst ja Als Belohnung ich stell dich ein Weißt du ich stell dich ein okay du arbeitest für mich als Spaß du arbeitest nicht für mich du bist Ich hab dich ich hab dich als CO getauft Stimmt du arbeitest für mich 24 7 Spass Nein bist du behindert also ob ich das mache Als ob ich das durch Achso Ja komm her was ist ja Naja was Lol warum geht das da runter Oh Das hab ich noch nie bemerkt Oh Hä seit wann Leute Hey das wusste ich noch nie Hä what the fuck Okay offiziell Offiziell kommt auch ein Song Leute online Und da mach ich eine Tour Mit einem Song ihr wisst bescheid wie Katja Ich schwöre Katja geht einfach auf Tournee Also auf Konzerte Okay geht auf Konzert und hat wahrscheinlich ein zwei Songs gemacht verstehst du Dicke Lippen und Doggy und Und so geht auf Konzert 1-8-7 Oh ich hab schluck auf Loll das ist ein Risk Leute das ist ein Risk What the fuck der führt uns locker irgendwo hin Gehen wir rein Lol wie lame alter Egal zur Zone Ey Luki Als ob du es nicht wusstest Du Hund sagst oder was Ja moin Als ob du es nicht wusstest Hä ich wusste das echt nicht Leute ich land dort ja nie No joke ich hab echt Angst ich Du Hund Was Ich hab echt Leute ich hab ich hab echt mega Angst und ich hab mega 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 Respekt noch Immer von hinten beim Mädchen ich verstehe sie nicht André kommit da ist ein Gegner bei mir Lissa Ja finnisch gleich was für ein Horensohn Na bleibst du noch Ja sie kommt zu zweit auf mich Das ist ja echt lächerlich Spielst du mit uns Ja Leute ja Karate geht ich spiel mit euch Äh Melissa bist du jetzt noch da Das ist ja echt lächerlich Okay ähm Bis jetzt noch im Stream oder nicht Okay ähm Bis jetzt noch im Stream oder nicht Ohohohoho Schlepp mal Mhm Okay Und deswegen dem Dings da in dem äh Polovo und so keine Ahnung da Die Website werde ich mir auch anschauen und wenn du so Vorschläge hast kannst du es gerne schicken da so Musst du nicht aber Wenn du was findest Nice Okay Ciao ciao Skyskü Danke Skyskü Skyskü Ich bin jetzt schon Lange aktiv und immer noch nicht mord seit ungefähr 3 Monaten Tut mir leid Karate Kid Das Ding ist Viele sind ziemlich aktiv da bin ich echt dankbar dafür Leute dass ihr mich so unterstützt oder mich feiert Aber wie gesagt ich habe auch nicht immer den Überblick deswegen wie gesagt für alle Mods die was jetzt Mods sind Und die sind ja ich sag jetzt mal wie vorne läuft ist ja 74 7 auch dabei Äh manchmal man kennt's ja Ne Spaß aber wie gesagt Wenn die dann auch bestätigen ja der ist wirklich 24 7 auch dabei oder unterstützen mich damit damit Dann Ja Aber wie gesagt ich kann auch nicht immer drauf achten Mich freut's immer wenn ich die gleichen Namen sehe auf jeden Fall in meinen Streams Vielen Dank auf jeden Fall dafür Ja Erfinde etwas mit Erfinde etwas mir ist langweilig Haha Siehst du vorne läuft das meine ich mit langweilig Aha Also wie gesagt für alle Leute wir können jetzt einfach mal beitreten Leute Dann könnt ihr mitzocken machst du bis Shop Der Shop Leute wird sich nicht großartig ändern werden wir auf jeden Fall machen Leute wie spät haben wir es 23 wir machen auf jeden Fall bis zum neuen Shop Leute Folgen auf jeden Fall auf Instagram kurze 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 Werbung Leute Ähm Wie soll ich sagen kurze Werbung ab 1.11. Leute täglich Videos auf diesem Kanal ein Monat lang Neues Und auf jeden Fall Leute wird auch in Bearbeitung für alle ganz neuen die was jetzt erst jetzt eingeschalten haben oder noch nichts wissen davon Es wird auf jeden Fall so ein Pullover kommen wahrscheinlich in schwarz und in weiß wird auf jeden Fall mein Merch werden was offiziell nicht verkauft wird sondern es wird Exemplare geben von 4 bis 5 Stück natürlich meins einbeschlossen und die könnt ihr euch dann auch kaufen um 10 5 Euro und manchmal wird es auch verlost Leute wie gesagt das ist alles noch in der Vorbereitung wird nicht auf heute auf morgen kommen sondern wird vielleicht Dings kommen und jetzt nicht dass jetzt manche denken ich erkläre es immer dazu dass ich geld geil bin nein Leute ich mache das einfach so gut Weil es mir einfach mega Spaß macht Leute Leute ich bin so weit dass ich sage ähm auch wenn ihr meinen Merch jetzt nicht kaufen würdet ich habe einen Merch von mir und Leute und es gibt es offiziell Merch und es ist auch mega real und äh wie soll ich sagen Leute ich möchte auch kein großes Geld verdienen natürlich hat man so im Hinterkopf ah vielleicht Umsatz machen wie gesagt ich möchte nur selber ein Merch haben möchte euch nicht das Geld aus der Tasche ziehen und ja wie gesagt wenn äh natürlich wenn ihr mir spendet oder generell etwas macht dann vielen 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 Dank wie gesagt ist nicht nötig aber ich gehe ja eh schon äh habe eine Lehre gehe ja jeden Tag fast arbeiten Leute dass ich mein Geld habe Leute und das gehört sich auch so ähm ich trete die nächste Runde bei kannst du gerne machen Luki kannst du mich abonnieren wäre mir eine Ehre ähm wie gesagt Leute ähm wenn ihr ich sage das mal so Leute wenn einer Bock hat so ein Stream Highlight von mir zu machen Leute Mach das auf jeden Fall würde mich mega freuen wenn einer vom Computer sitzt und das ganze Zeit mit filmt und vielleicht ein Stream Highlight macht der wird von mir auch dann mega Nice auf jeden Fall nice alter mega nice auf jeden Fall gepusht auf jeden Fall kannst du mich grüßen Christoph Ronacher ähm schöne Grüße an Christoph Ronacher schön dass du im Stream bist wie geht's dir Wie gesagt checkt auf jeden Fall meine Videobeschreibung ab würde mich mega freuen Instagram alles mal folgen da wird auf jeden Fall im Stream im Hintergrund etwas passieren Würdest du Leute ich unterstütze wirklich jeden Leute ich abonniere euch natürlich aber wie gesagt ich möchte auch keinen Zwingen dafür dass er das macht aber würde mir auf jeden Fall eine Ehre sein und würde mich mega mega freuen wenn einer die Aufgabe übernimmt sogar Und so Stream Highlights zu machen also mache ich gebe hiermit die offizielle Erlaubnis dass einer das hier verwenden darf und ein Highlight draus machen kann Und wenn ihr dann ein Highlight gemacht habt schreibt mich an oder oder schreibt mir in die Kommentare ey yo guck dir mal bitte das an Ähm ja Boah hab ich geile Ideen gefunden Gut dir Christopher Ronacher mir geht's auch ganz gut wie ge- äh ja moin Ähm schön dass du auf jeden Fall da bist freut mich mir geht's auch ganz gut Wie gesagt wem ich jetzt abonnieren soll ich abonniere euch jetzt auf jeden Fall ich gönne auf jeden Fall jeden So ich ich abonniere euch ich abonniere jetzt mal diesen Typen hier Gamer So äh service kommen bald vorhundert Videos auf meinem Kanal nice Kannst du auch gerne Highlights machen ist was auf jeden Fall wie gesagt ähm Wenn einer ein Highlight macht würde ich mich dann auf meinen Kanal hochlägen Wie gesagt ich hab dich jetzt auch abonniert ich abonniere jetzt auf jeden Fall jeden der was es möchte Ähm abonniere mich mal Hab ich schon vorne gelaufen ich hab dich glaub ich eh schon abonniert Hab ich schon habe ich schon Wie gesagt Eigenwerbung ist wie gesagt nicht erlaubt aber wie gesagt ich abonniere euch gerne Ja XB Gamer ich hab dich schon abonniert Also wie gesagt für Die was ein Stream Highlight machen würden gerne Oder machen Und sich die Mühe machen Ähm Haben die Erlaubnis Würd mir sogar Eine Ehre sein Danke bitte Voila Ja von der Love seit einem Monat oder so schon Wie gesagt hört sich jetzt so an ich möchte einen dazu hetzen Möchte ich nicht aber wäre auf jeden Fall mega mega geil Äh wenn einer wirklich so sich die Mühe macht und auf einmal ein Highlight macht So das wäre Ja Jakusel Wie gesagt ist ja keine Pflicht Leute Ist alles nur freiwillig möchte auch hier keinen zwingen Äh Ja wer ist Affe Was bringt euch das ihr Affen Achso ich me- ähm Meinst du das abonnieren oder was Dass ich sie jetzt abonniere oder so Ey lass mich doch in Ruhe Wer ist das Ey Arschloch Lass mich doch in Ruhe Ey ist lächerlich Habt ihr vier Abos geknackt Werd Millionär Ja man Also für alle ganz Also die was noch nicht abonniert haben Oder die was Oh Gott Oh goodness War das gerade ein bisschen dumm Alles spenden mir natürlich vorgelesen Alle Abos die was ähm Abonnieren und das wird dann auch angezeigt hier bei mir Dann die werden auch vorgelesen Oder einfach gedankt Ihr wisst bescheid Also Leute wie gesagt ihr könnt mitspielen Ausrufezeichen Epic Einfach beitreten wie Wolfszei- Warte da muss ich kurz bespielen Schöne einer Wolfszei- du Idiot Wolfszei- Achso Wolfszei- Also das Ist ein Outfit Lass mich unter das Röckchen schauen Alter schaust du wie er da aus Bruder was ist echt los Ach was was wieder komplett Ah Leute Wollstelle oh mein Gott Alter Er kommt in die Runde rein Und kommt mit dem Dirndl Oh Gott ich kann nicht mehr Kann ich und mein Freund danach Gerne Oh er verlasst Ihr seid voll Äh Voll gönnen die mal rausgehen Hashtag Lukey findet Skin mega hässlich Ich finde ihm Ich finde ihm nicht schön Aber ich finde ihm auf jeden Fall lustig Kann man sich auf jeden Fall gönnen Wie gesagt Wir machen das so für alle die was jetzt hier denken So ich komm ja nie dran Wir machen das immer so Ähm ich möchte mit jedem von euch spielen Das heißt ich mache das auf fairer Basis Das heißt wir spielen 3, 4, 5 Runden mit euch Also ich mit euch da Und dann Leute wird nach 5, 6 Runden immer gewechselt Das heißt es kommen andere dran Wenn andere mitspielen wollen Versteht ihr was ich meine Nicht dass ich hier andere unfair behandle Wisst Bescheid Und wie gesagt Wenn euch das Team gefällt Gerne ein kostenloses Like da lassen Und gerne abonnieren Würde mich mega freuen 13 Likes Vielen vielen Dank Feierlauf ist ganz korrekt Naja Manchmal nicht zu mir Viel Spaß Hey Arschloch Nur war der erste Catching Luke bist morgen denn On bei Fortnite Ja Leute Morgen bin ich auch online Nimmst Bescheid Ach weiß Ah ja Da kommen wieder die Lügen Man kennt's ja Ach mein Gott Und erlaubt lügt hier 100% Wie gesagt Für alle ganz 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 Neuen hier auf diesem Kanal Können die Videobeschreibung abchecken Für Instagram Den Abonnierbutton Und natürlich Wenn euch das Team gefällt Natürlich und Ja Was da noch alles steht Mit Spenden Und mit Mit Twitter Was auch immer Smalluki Mit dir rede ich nicht ey Ja siehst du Siehst du Das ist Ah Wieder kamlet gewesen So let's go Alter Mein Gott Ey Wo schießt du Sie redet mit mir Wow Also das war schon Eine Ansage Das war schon Eine Ansage Leute habt ihr Bock Dass wir Dass wir mal Über so Themen reden So wenn einer mal so fragen würde So Bruder Wie findest du das und das Dass wir das so Berehen Dich mir Bock alter No skills 444 Halli Oder hallo Meinst du wahrscheinlich Herzlichkommen Stream Wie geht's Schön dass du da bist Freut mich Hallo Bin neu Nice Herzlichkommen auf diesen Kanal Herzlichkommen in diesen Stream Ich kann kein Deutsch mehr Man kennt es ja von mir Hier erwartet dich Streams von Fortnite FIFA Hauptsächlich Fortnite Und ab 1.11 Ab 1.11 Leute Gibt es täglich Videos Auf diesem Kanal Nicht dem Moritz Nachmacher Sondern ich habe einfach Bock täglich Videos Hochzuladen Nur in dem Bullshit Auch nur so für ein Info für alle ganz neuen Hier auf diesem Kanal Und natürlich die Was es vorher nicht gehört haben Und wenn euch das Film gefällt Wie gesagt Gerne ein Like da lassen Wird mich natürlich Mega freuen Ich habe Ich habe abonniert Vielen vielen herzlichen Dank Wie gesagt Wenn einer noch nicht Abonniert hat Und er will Abonnieren Oder macht Oder abonniert Ähm Wenn ihr einstellt Quasi Ja man darf Man kann sehen Wem ihr alle abonniert habt Ähm Und ihr abonniert Kommt es auf jeden Fall Auf meinen PC Das zum Beispiel Zack Er hat abonniert Leute Dann kann ich euch auch Nochmal persönliche Gedanken im Stream Und natürlich Und natürlich alle Spenden Werden vorgelesen Und auch Werden hier auch Geschätzt Von mir natürlich Kann ich in der nächsten Runde mitspielen Habt ihr Epic Erfahrungen geschickt Kann ich Kannst du gerne machen Schauen wir mal Ja hat er gemacht NoSkill44 Wie gesagt Leute Nach der Runde Leute können Neue mitspielen Einfach dann reinscheunen Der bewirft mich Mit einer Tomate Ach Leute Digga du bist zu geil Was Ich sollte ja fragen Ne Ja klar wie oft Machst du es Ja klar wie oft Machst du es dir Luki Ja moin Also Ich denke mir so Was glaube ich Wie oft Dreimal am Tag Äh was Schwarz Na Leute Ich bin kein selber Wichser Alter Da kenne ich auch schon Andere die was Es mir machen Ich bin cool Naja Ich bin cooler Hey Bruder das hilft nichts Du kannst uns damit Nicht trollen Alter Kannst du nicht Kannst du nicht Ey lass mal einen Baum Bruder muss echt fucking los Muss echt fucking los Baumblau So dreimal Luki du Schlingel So dreimal Ja ja es ist dreimal Nicht Spaß Ey Arsch Ey du Arschloch Vielen Dank für den Ich schalte das an Alter Was Äh mich jetzt ein Er will mich so bewerfen Nein Leute dreimal mach ich's mir nicht Leute als ob ich wirklich dreimal das könnte Jawohl Alter Muss echt fucking los Er lasst meinen Baum nicht Leute gehen wir mal zur Zone Kurze WeLife Story Was ich voraus Auch ausgepackt hab Wo Melissa da war Das Ding ist Äh einer hat geschrieben Ich hab ne Freundin Ähm oder so Ähm das Ding ist Da ist die Tür Ähm Wie soll ich sagen Ähm da ist die Couch Hier Hier hinten Und da schlafe ich ja Und halt stell dir vor Ich hab ne Freundin Leute Und wir haben dann auf jeden Fall Geschlechtsverkehr Kann man jetzt mal so sagen Äh Und man kann halt durch den Schlitz gucken So Weil Weißt du Als Blondine Wie ich Sollte man so machen Dass man nicht durch den Schlitz gucken kann Gebe ich die Tür weg Weil dann kann man nicht durch den Schlitz gucken Ja Ist halt so Ja Ihr wisst was ich meine Einfach nur dumm Aber ist egal Dann kann man halt äh Nicht durch den Schlitz gucken Und Ja egal Man kann auf jeden Fall durchschauen Und das Das Ding ist Dass der Schlitz guckt Wenn man durchguckt Genau dorthin Wo man es dann treiben würde Versteht ihr Genau mitten auf die Couch Mein Gott alter Das ist ja Digi Du treibst es ja schon Nein Bruder Ich bin noch jung Leute das erste Mal Ist was besonderes Das erste Mal Gekauft Spass nie Leute merkt euch Das erste Mal Ist nicht Irgend so etwas Sondern das erste Mal Ist was besonderes Merkt euch das auf jeden Fall Ich möchte auch keine Weisheiten Hier zu erklären Aber wie gesagt Das erste Mal ist was besonderes Soll doch was besonderes Bleiben So dass dann Einfach auf ehrenlos looten Ehrenlos finischen Aber wie gesagt Ich habe ihn mir auch geholt Alter Wo ist der Typ Partyanladung Nice Nice Wieder auf finish gehen Mein Aim ist gerade nicht so optimal Leute Jetzt kann es nicht gehen Alter Ach du scheiße Da hat er in der luft kassiert Da hat er in der luft kassiert Da hat er in der luft kassiert Lernstunden mit luki über 6 Ja natürlich Leute Man kennt es ja Also Leute Wenn ihr dann soweit seid Seht ihr euch das Oh ne Ich halte mal Junge Was denn Ist ja gut Luki klärt das erste Mal Erklärt es So drei Kills Wir gehen weiter Ah Lagerfeuer Bringt sich nichts Dieser Dieser Fettsack Also hat er dich gefinished Hast du das Ah ja So hast du scheiße Ja sorry Bra Konnte ich Ich konnte leider auch nichts machen Was eigentlich Eigentlich schon Aber das Ding ist Ich war Ich war halt Komplett am Arsch Ich wusste gar nicht Wo du bist Und wo der Gegner war Ich war einfach orientierungslos Gerade Was macht der Lass es sich jetzt Macht der einer Auf dann den Kühnelback Oder was Ja mein Ja mein Er fährt mit dem Auto Ehrenmann Komm ich fahre Ich habe einen Führerschein Bruder Ich kann da leider nicht mehr geben Holz brauche ich selber Bruder Bananenspiel Jetzt nehme ich alle ein Oder was Meine Freunde Leute Freunde Ich gehe hier auf jeden Fall In den Spielchat dann Leute Also einfach in den Spielchat kommen Und wir reden über Spielchat Ganz 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 Hey chill dir Biste österreicher Ja Avina Ohrschloch Das sage ich am liebsten Jetzt no joke Das sage ich am liebsten Ohrschloch Ja ich bin österreicher Für alle österreicher Wisst Bescheid Ähm Kommt man mich besuchen Der Spaß Aber wie gesagt Ähm Für alle österreicher Ehren Braskos Ey Er nimmt halt genau das weg Alter Ich habe keine Muni Für Schott Genau Ey du kleines Ehrenloses Kind Ja er pusht halt mit Dings Alter Ist halt Ist halt ein bisschen lächerlich Finde ich Da pusht uns einer Naja Was wir machen Sieh mal der Match Sieh mal der Match Ja man Christoph Ehrenmann Alter Ey sieh mal Damage Was soll man dazu noch sagen Alter Mit der Heavy Ist so Jo ist der österreicher Ist das meisterland Lund Ach ich halt meine Schnauze Ich kann kein Dialekt Viele haben zu mir auch gesagt So Bin Ich fahr gar nicht so auf Als Alter Ich glaube ich Ich komme jetzt in den Spieltag Wie der mit dem Dirndl Leiter der Kölsch Es ist Summer auf den Oktoberfest Oder was ist da los Schönes Dirndl Alter Komm ich will unter den Rockschauen Bitte Du bist so laut Das kommt so ein bisschen leiser Ich will mitspielen Ja los André Vielen Dank dass du mitspielt hast Du kannst gerne nachher wieder mitspielen Jetzt kommt ein anderer Gigi Ähm Ja einer Oh Gott Oh Gott Oh mein Gott Hi ich bin es Der coole Junge Ja No skills Du kannst jetzt mitspielen Banan speed Ist da Ähm I am shebuki Vielen Dank dass du mitgespielt hast Wie gesagt 4, 5, 6 Runden warten Dann kannst du wieder mitspielen Wie gesagt Ich mach das auf fairer Weise Ja gg alter gönne ich dir So Ja man jetzt voll Okay Ähm jetzt der eine hier No skill Ähm du musst einfach nur beitreten Perfekt er ist da Oder Banano Banano Was ist da Ja Hallo Später vielleicht Also ich bin ziemlich zu stark Für euch auch nicht was Mach Spielwiese Wir machen kurz Team Oh Ansage Oh alter der rock alter Ich war kurz davor dir was zu spenden Aber dann kam da irgendein Formular Aber ich auswählen muss Lug 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 Der Moment Der Moment So ich spende die Wasserfahrt Das Formular Och scheiße doch nicht Lug Wir machen das Spielwiese wenn wir jetzt ein Team kommen Was Spielwiese Ja mach Spielwiese Nein wir machen das dann wenn wir im Team sind Hallo Ja wir sind auch im Team Ja wenn wir dann gleich mein Team spielen Weiße Spiele nicht mehr ok Ich fick meinen Namen Digga Notchok Leute wie gesagt wenn ihr wenn ihr kostenlos spendet Ah ja moin Spendet kostenlos Oh ja dann gehen wir mal kostenlos kaufen Nike boy jetzt sag mal frech Wie gesagt Leute wenn euch das mir gefällt gerne ein Like droppen Achso ich meine das echtes Hört euch so wie Fangirls an gell Lach mal nochmal lach mal bitte nochmal Johannes wer kann ist der Johannes Das ist schon so wie so Das ist schon wie so Das ist schon wie so Genau so ist das gewesen gerade Okay, passt schon, passt schon. Wir wollen jetzt kein Stream haben, der was ab 18 hier wird vielleicht. Ja, okay, jetzt ist er ab 18. Perfekt, das war's jetzt komplett bei uns. Äh, Mute. Ja, wir muten jetzt alle. Zack, 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 zack. Wenn wir jetzt wegen Wolfs, wenn wir jetzt wegen Wolfs, weil... Aber Leute, Leute, ja, Leute, wie wissen wir denn normale Leute? Und wir werden auf jeden Fall nochmal jetzt hier reden, dass der Stream jetzt hier nicht abkackt, deswegen. Er ist frech, wieder mal ein Schuss. Darf ich Werbung machen? Bei anderen darf ich das, also darf ich auch, auf, äh, okay, gut, 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 ja, moin, die Leck, das heißt, ja, egal. Mute. Aha, Werbung. Wo bist du? Oh, oh, fuck, wir haben in trouble. Jawoll, ich nehm dir deine Ehre, halt in der Spitzhacke. Ich hab mich so erschreckt, gell. Echt, oh mein Gott, wie du mich eff... Oha, du hast aber wirklich ne gute Tat jetzt gemacht. Sei stolz. Welche Level bist du im Battle Pass? Ihr Battle Pass erst, glaube ich, vier Tage nach, 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 dings, äh, begonnen und hab eben erst um 10 Euro gekauft. Sonst würde ich ja schon Level 50 auf jeden Fall sein. Leute, kommt mal zu mir. Das Ding ist, Leute, das Ding ist, Leute, ich weiß nicht, eure Namen ausfindig. Och, Junge. NoSkill, okay. Digga, S1-Shop. Er ist One-Shop, er, ja, er finnicht, Mann, Alter, was'n' Player. Er ist One-Shop. Wo ist er? Loki, geh rein, geh rein, geh rein. Der ist One-Shop, der ist One-Shop. Der ist echt One-Shop. Der ist, der ist hinter der Wall, der ist hinter der Wall. Der ist hinter der Wall oben. Er finnicht. Er finnicht. Ey, Arschloch! Ja, ich bin nicht scheiße. Du Hurensohn, schau mir zu, Alter. Zack, Alter, kriegst du den Depp, Alter, in deine Fresse hier. Jawohl, Alter, scheiß Twitch-Stream, Alter, der Hurensohn. YouTube ist Beste. So, Leute, die YouTube-Community... Oh, das ist eine Lache, ich schaff' alles. Ja, verdammte Scheiße, ich hol mir die Panzerfaust. Hier bin ich, hier bin ich. Habt ihr hier gefolgt, meine Love. Äh, ich bin ja leider nur der Level 16, 17. Nee, Junge, ich muss diesen Scheiß noch aus dem Jut. Ja, er fackt mich ab, Alter. Bananas sind doch im Jut, Alter. Du fackt mich, du. Krass, das ist der Typ, alter Wall-Stay. Ja, okay. Ich bin, ich weiß gar nicht, wo ich bin, Alter. Der ist so richtig behindert, Digga. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Digga, du sagst zu mir, dass ich eine Scheiß-Lacher... Oh mein Gott. Digga, du hörst dich an wie ein Johannes-Peter, Alter. Uuuuh, er hat ein Geld. Pass auf! Nein! Scheiß! Nein! Okay, jetzt ist es eskaliert hier. Oh, ist es eskaliert. Okay, hallo, hallo. Hi. Also, ich stelle euch jetzt eine Frage. Es gibt es natürlich eine richtige und eine falsche Antwort. Okay, Spaß. Also, wenn ich einen Pullover verkaufen würde, um 5 oder 10 Euro, kaufte ich ihn mit meinem Merch quasi? Weiß nicht. Wer hat das gesagt, weiß nicht? Wenn ich so viel Geld hätte. Wer wird, wer, wer, was würdest du machen, wo wirst du es dann? Kaufen. Was machst du bei einem Split? Weiß, was ich mache? Eine Ahnung. Würde es kaufen und verkaufen. Okay, perfekt, das war es dann, dass du da warst, auf jeden Fall. Oh, ein schaue Junge, Alter. Würde es kaufen? Würde es kaufen? Nein, würde ich vielleicht nicht, aber... Okay, danke, dass du da warst. Das war's. Kommt drauf an, wie gut ist, das Merches. Der Merch ist auf jeden Fall der beste Merch. Ja. Na, manche Spielewiese, da ist er ja, also gehen wir jetzt aufs Team. Bin mal weg bis morgen. XPL. Der wird dann schön, dass da was bis morgen. Dirndl. Mach ich Bibi sie. Kampen wirklich dass er gekriegt werden möchte ich habe keine gute Zeit, Luki kann es zu spät wie er spielt wie sie machen Spiel wie du Please Luki Mach mal, mach mal, mach mal ohne Fallschaden und mit 100 100 und mit inventar behalten Ja, ja Nachtspiel Ah, vielleicht hab ich alles eingestellt Nacht bei, äh, Dings bei, äh, Schwerkraft normal Hab ich alles Ich komm gleich, bin da Also 200 Leben, 200 Leben Und ganz unten soll nur Team stehen Wie geht das bei dir? Ja Ohi Oh mein Gott, Alter Man hört uns, man hört, wir hören uns ja manchmal nicht, gell, wegen diesen Audio-Dings Und auf einmal das letzte Wort, das ich gehört hab Äh, das letzte Wort, das ich gehört hab Wie geht das bei dir? Und ich denk mir so, what the fuck Er lacht so komplett Im Stream hat sie so komplett durchgelacht Oh Leute, wechselt ihr Team, bitte Also ich... Ja, ich und, ich und NoSkills gegen Wolfstyle und, äh, Luke Mark Aber warum? Der ist so unfair gegen euch Warum? Sind wir zu gut für dich? Das ist unfair, er spielt PC Er spielt auf PC Er spielt auf PC Er kann man Wolfstyle Ich möchte mal ein schweißer Blatt machen Wo ist denn das? Wo soll ich denn das? Ah, er weißte, ist das der Tryhauer Ich geh Team 4 Ok, ich geh auch Team 4 Wir sind Team 2 Ne, das ist Nike-Boy geil Du, Alter Schon mit psych, Alter Das ist Nike-Boy Nike-Boy 2.0 Okay dann, bei Bye Ich muss mal mit einem scheiß Ladekabel Dieses Ladekabel geht in die zweite Sekunde aus dann gibt es einen Controller aus, dann muss ich ihn wieder reinstecken und dann denkt jeder, er hat sich mit Trommensfragen. Auflohme-Basis reinstecken? Geht's vielleicht los oder haben wir eine Schutztat? Geht direkt los? Ja, von mir aus kann's vielleicht losgehen. Jonas, das ist mein... Achso, das ist ganz klar. Was machst du Nike, aber der ist doch fett. Ist so. Nein, Spaß. Okay, das ist erstmal eine zweite Runde heute und was soll ich machen? Alle, die Nike bei Beleidigung haben bestimmt so einen kleinen Jahr lang. Ich sag jetzt mal so Nike-Boy, so Nike-Boy, ich sag jetzt mal so, ja, ja, kann man mal. Ist so, er hat sich mega verbessert. Ja, aber ich spiele da auf PC. Er hat sich mega verbessert, muss ich zugeben. Ja, er hat sich manchmal verhehlt oder so und scheiß. Es gibt so viele Sachen schon über ihn, wo man einfach drüber lachen kann. Zum Beispiel Nike-Boy ist ein Huren, der lutscht den Tag. Oha, Alter. Nein, er lutscht nicht. Er kann nicht mal lutschen, weil keiner in seiner Familie ein Mann ist, weil er den letzten Rutscherspaß hat. Oh je. Das Ding ist, Leute, ich hätte eigentlich keine... Ich hätte Nike-Boy nicht, weißt du warum? Weil ich dir eigentlich nicht zwiebelst finde. Das ist so hart rum, Nike-Boy legt bei mir so rum. Das ist nicht Nike-Boy, das ist Fake-Nike-Boy. Das ist, wie er den Namen von ihm schon hat. Äh, Warnstyle, du weißt schon, dass du ein bisschen tryhannen musst, dass wir uns da nicht bemühen. Ja, ich bin einfach scheiß entfordert, ich gebe es ehrlich zu. Du musst uns da rausholen, gell? Du hast das ertappt. Ja, dann spiel nicht mit einer R. Sagt wer, Alter. Du bist einfach einer Dings, du bist an einem SMG vorbeigelaufen. Sagt. Und hat es einfach nur eine eigene Momente. Sagt wer? Der Bär. Achso, ihr schaut im Stream, die Idioten. Die kleinen Wichser. Ja, wahrscheinlich, du holst dich schon runter. Achso, ihr hört euch wirklich wie Fangirls jetzt kurz an, also manchmal so no hate jetzt. Wenn ihr echte Fangirls wärt, ihr wisst ja Bescheid, Instagram-Programm-Wort anschreiben. Dieser Freund von Lucci soll mal Fresse halten. Ich bin, ich bin Fangirl. Ich bin Fangirl. Ich bin Fangirl von Apurid. Okay, jetzt reicht's, Alter. Ihr seid echt zu weit gegangen mit Apurid. Lasst ihr mich doch in Ruhe mit seinen Katzen. Apurid ist geil, Alter. Also was heißt geil? Ich zieh's nicht runter. Eine Frage, wie alt seid ihr? So, jetzt nur so kurz das Vergleich. Ach, fuck. Ups. Achso, ja, unter anderem 33. Okay, haben wir schon mal. Wisst ihr? Ich bin Fangirl. Ich muss auch gut in Raten, Alter. Digga, ich brauche eine Pam. Ach, Bram, Junge. Ich habe keine Joachim. Ich habe keine Pump, Alter. Ich spiele so behindert ohne Pump. Ja, ich habe auch keine. Ich spiele so behindert ohne Pump. Ich meine... Ich hasse Pump. Ich hasse Auto geschockt, dann. Ich mag Heavy, ich mag Double Barrels, aber Pumps sind schon ohne Pump. Nein, Double Barrel. Ich weiß noch, wo du am Anfang gesagt hast, die Double Barrels voll Scheiße. Du hast ne Pump, du hast ne Pump. Also sie ist okay. Ey, bei mir ist jemand. Hat der ein Dindl oder nicht? Ist halt wirklich so, hat der ein Dindl oder nicht? Ah, Loll. Ja, er muss es mit dem Dindl sein, weil ich weiß, wo anderer Typ ist. Digga! Nein, es ist dieser Fake, Fake. Ab ihn, keine Sorge. Wie viel HP hat er nur ein HP oder so? Ach Gott, Alter, meine Eben. Ey, gib mir einfach einen One- Ich bin so scheiße, ich weiß. Oh mein Gott, er hat sich jetzt nicht die zwei Kisten gesnippt, wie ich mir snippen wollte. Der kleine Ritz. Jetzt wird der richtig Habeffekt. Digga, nein, habe ich echt nicht, aber wie du willst. Jetzt bekommt der richtig Habeffekt. Und von wo kommt ihr? Österreich oder Deutschland? Deutschland. Also ich komme von Deutschland. Ich komme von Arabien. Ah, ja, merke man an deine Stimmen und so an deine... Ich komme von Chinesien. Ich komme von Chinesien. Oh Gott, Alter, da haben wir die Geografie-Experten. Chinesien, äh, Chinesien... Na, frag mal. Ich kenne die nicht Chinesien. Ah, ja, das liegt wahrscheinlich, glaube ich, am Arsch der Welt. Hey, Chinesien, nicht China. Chinesien. Ja, wo liegt das? Ja, wisst ihr nicht, wo Chinesien liegt? Ja, wahrscheinlich in den Arschloch. Woher weißt du das? Scheiße, weil der... Oder wie... Scheiße, der wurde entlarvt. Ben, hilf mir. Ah, du in den Aim. Ja, das hast du sowieso nicht. Was soll ich ohne Aim machen? Er kann auch. Was soll ich mit Legs ohne Aim machen? Verkaufen. Alles gut. Geht auch. Boah. Boah. Ich will nicht abstauben. Ich will nicht schauben. Ich will nicht abstauben. Ich will nicht abstauben. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch, alter Wort. Das ist... Das ist... Das ist Teaming, was wir hier machen. Du arschloch. Das ist abstauben. Du kleines Arschloch da hinten. Hör auf damit, das ist abschauben. Ich meine das ernst von meiner Mutter. Mein Aim ist so behindert. Wo bin ich? Mein Aim ist alles andere aufmerksam. Digga, er schießt mich raus. Ach so, ohne Fallschaffung. Ja gut, dann. Ja! Look at that dab, bro. Was ist, was machen wir auch? Wir brauchen hier zu beleidigen, ohne Hochheal. Mach ich ja nicht. Hä, was machen wir jetzt ohne, ohne was? Ohne Hochheal in den Battles. Ohne was? Hochheal in den Battles. Ja, wenn ihr eine Battle habt, dürft euch nicht gleich, äh, kurze Pause machen und euch Hochheal. Ja, das verstehe ich, aber warum? Und was macht der? Oh mein Gott, ich habe einen One Pump. Ja, gut, das... Ja, sie waren nicht in einem Battles. Ja, sie waren nicht in einem Battles. Wie, mein Mann, was hast du mir gegeben? Ja, sie waren nicht in einem Battles. Ja, sie waren nicht in einem Battles. Ja, was hast du mir gegeben? Guten Tag! Hey, das ist ja scheiße, ich konnte ja nichts machen. Als wenn ihr noch beleidigt werdet, ich fick euch. Okay, alles klar. Luki, wir sind einfach zu gut für dich, es tut mir leid. Hey, jawoll, er fliegt so hinter meinen Arschloch und fickt mich einfach so. Und ich sag, wir sind einfach zu gut für dich. Ja, ich will dich ficken. Ne, hab ja nichts. Ne, ne, ne. Ganz Arschloch, 2 AP, Alter, abgezogen mit Dings, Alter, auf Erde. Wow, wie ich durchfliege. Fick dich. Aber ist einfach scheiße, ich lass dich gewinnen. Ja, gib mir einfach ne Pump, gib mir einfach ne Pump. Ich hab neun, das noch nicht. Ey, jetzt kommt dieser... Scheiß Fake Night Boy. Jeder hatet ihn einfach wegen Scheiß Fake Night Boy. Äh, du sie scheiß Fake Night Boy nennen wir uns. Wie kann man ihn nicht haten? Ich bin einfach zu gut für dich, mein, mein Bro. Nisch was. So gut? Luki, fühlst du dich jetzt? Nein. Ich fühl mich jetzt da, wenn ich Katia mal als Freundin habe. Na ja, mit meinen 88 cm, also ich mein, so auf GG Basis. Sind die auch hier? Ey, wie kommst du da durch, du Hacker? Arschloch. Da abgestoppt, abgestoppt. Ja, ist so. Ich hab' einfach ab. Ich hab' einfach ab. Ich hab' einfach ab. Ich hab' einfach ab. Komm, weil du dir keine reißen kannst, dann ruf dir eine. Digga, wie soll man das denn reißen, Alter? Fortnight ist ein Glücksspiel, Alter. Plus Aim, was du jetzt leider nicht hast, aber... Oha, da teilt ihr mega aus. Oha, da teilt ihr mega aus. Mhm. Wer kommt da mit deinen Punkten? Ah, ne. Ich hab' gehört, wenn ihr mir alle spendet, habt ihr mehr Aim. Ah, okay. Ich spende dir was. Perfekt. Wenn dieses Scheiß-Formular nicht auskommen würde. Neiß-Formular. Mach' das weg und ich mach's. Ah. Oh Mann, Alter, ey. Ich hab' vielleicht immer echt mein Leben. Mit dem Internet ist nicht so möglich. Ey, ich hab' dich nicht mehr gesehen, Alter. Du warst einmal da und auf einmal wieder weg. Ich war mir nicht die ganze Zeit. Digga, von wo? Ja, mein, das war's komplett. Keine Moodi. Keine Moodi. Keine Moodi. Keine Moodi. Junge, Luke. Luke, ich spiel' den wieder mit dir. Das wüsste ich nicht, Alter. Hä, was? Hey, Luke, Luke ist gut. Luke ist gut. Luke ist gut. Ja, Luke ist echt gut. Ja, siehst du, ich hab' wir haben gleich viele Kills. Ja, sie haben ja als Bananenspit. Von dem wieder abgestopft. Ja, wenn ich ernst machen würde. 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 Hä, für mich geht's nicht gut. Ja, wenn ich ernst machen würde. Wenn ich ernst machen würde. Wie schwer ich kommen über die Tick und Box Tick. Leute, für den Dirndl-Mann hat gesagt, ich mach nur kurz nicht gut. Dirndl-Mann kurz gut. Ah, natürlich, dann auf mich natürlich nur. Ja, toll. Ich mach auch nicht mit. Ja, nur auf Luke. Nur auf Luke. Ich guck, da hinter mir ist der Dirndl-Mann. Frau mir mal nicht. Dirndl-Mann, ich komm mal vorbei. Bitte nicht. Dirndl-Mann. What the fuck. Alter, wie viel Fall hast du denn? Da will ich mal reinlaufen. Da möchte ich mal reinlaufen. Wo sind die? Warum läufst du hinter mir her? Ach so. Ich suche mir nur eine Farm. Ich hab vielleicht einen Hack. Nö. Du hast vielleicht mal auf den Marken gefahren? Geiles Minispiel hast du da aufgebaut, lol. Da bin ich echt stolz auf dich. Oh Mann, warum gibt's dir keine Farm? Hallo. Ich bin sicher. Äh, Luke, ja. Luke, also Luke, äh, Luke. Let's go! Ah, 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 ah. Ach, Mh. So. Ah, 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 ah. Wie ein Mann ist ein unfairer Spieler, weiß ich jetzt. Sehr unfairer Spieler. Ich sage sogar noch Stopp. Und was macht er? Er kriegt mich. Also er hat mich unterfohlen. Zweifeln. Irgendmein. Das war ein zweifeler. Oder nur ein Schuss. aber mit schuld ich hab die geliebten und er hat mir einfach mal er hat sich mal nach unten ich schieße ich nach dem mann ich kann auch nicht die gar nicht die ich bin anwesend die künftelten ob das fahrzehntel ich gebe die stadt das ist nicht der abgaben müssen die reichwärter sie ist so und so weiter und das war nur um das ist ein Klapp-Tast mit Doppelpunkt das was doch ist es einfach von mir die heute der Prozessin hatten aber es geht nicht Soviel zum Thema, du würdest mich kennen, der war gut, Alter. Oh, 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 oh. Ich glaub, der hat was gegen mich. Warte, ey, äh, Dings, da, wie heißt der, wie heißt du, äh, warte. Ähm, no skills, komm mal zu mir, zu Briggs, und wir schauen jetzt einfach nur mal zu, wie sich Bananensplit und Dings hier pfeitet, that's no joke. Das ist mega unterhaltsam. Da, ich bin bei Briggs, da, wo sie grad bauen, hier, hier. Wer ist das da, was der grad baut? Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Lass mal, lass ihn mal, lass ihn mal. Ah, hi. Ja, also warte, Bananensplit und Dings geht auf anderen Seiten, und ich und der Dings schaum dazu jetzt, das ist mega. Das würde jetzt eigentlich gar nicht zählen. Hallo, was ich mein. So, okay, ich hab's mal untergebaut. Okay, wir schälen jetzt hier. Ja, und so. Ja, eigentlich könnte es gar nicht zählen, Leute. Warum? Weil ich bin, ja, er hat 200 HP, er hat 200 HP und Dings. Und er hat, äh, äh. Ja, du redest, nur weil dir zu redest und wolltest, wo ist der kleine Pische, Alter. Äh, kämpfen jetzt ist er weg. Ja, ist so, er redet mir einfach an zwei. Ah, ha, ha. Das ist so geil, wie er leise redet so. Wo ist der kleine Pische, hä? Ja, kein kleines Zimmer, ey. Ist der, er redet mit jetzt selber? Ja, hier ist unser Fernseher. Hier ist unser Deluxe XD Fernseher. Hey, nicht, 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 nicht den Fernseher. Ah, hier, genau, eine Waffe. Er brauchst gar Hilfe, er brauchst gar Hilfe. Egal, ja, egal, komm. Geh jetzt hin, geh jetzt hin und wir schauen uns zu. Arschloch-Fernseher. Hallo, nein, du hast den scheiß Deluxe-Fernseher kaputt gemacht. Entschuldigung, wie viel hat der gekostet? Du hast mal einen Schlag mit der Spitzhacke. Du hast einen Schlag mit der Spitzhacke. Ich hab 34 HP, also bitte hör auf. Ja, warte, hier, ich geb dir was. Oh, er ist gut, er ist gut. Er ist gut. Du bist so gut getan, Alter. Wie würd ich jemand finden? Hm, am Dach nicht. Das ist ein bisschen anders gewesen. Randalflismus. Randalflismus. Gehen in den Namen. Nachrichten, ich will jetzt einfach, ich werde jetzt einfach nur zuschauen. Hallo. Ich könnte auch schnell gehen, Jicky-Jucker, Jackson und dann kanns losgehen. Ja, haha, weggies. Haste wieder 100 HP? Ich hab 6x gemacht, weil du mich gekillt hast. Ich hab mir grad eine Welt gefunden. Er belabit die Mutter, denn. Da muss der einen? Ich nehme bald, ja ich bin's wir kommen jetzt zu geht es alle auf eine Seite und wir gucken jetzt zu Dirndlmann geh jetzt Ey Jona benutzt mal wieder die neue F-Pfeil, dreh die Treppe, rutsch runter und immer die Treppe wieder bauen Leute wir können eine Rutsche machen wir eine komplette Rutsche habt ihr Bock auf das? oh ja dann kommt mit, Leute kommt mit nicht runter bauen seid nicht ehrenlos wir machen jetzt wirklich eine coole ja tötet euch noch einmal ganz schnell aber nicht mich bitte und nicht runter schießen wir machen jetzt eine komplett geile Rutsche äh was Mike Tötet Dollinger ähm da wollte ja ey ehrenlos guck ich krieg Fallschaden 100% Dirndlmann hat dich runter geschossen okay er war es dann noch letzte Worte ja warum so verdient das weiß nicht das war diese kleine Hurensohn ja ja wahrscheinlich schon mal sind ja ja das war eine erste Hurensohn ist ja alle 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 bei mir im Stream ist ja alle Ehrenmänner keine Hurensohn naja komm her warte mal wo 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 Dings ja hier ach mein Gott bin ich echt dumm ich hab keine 490 hab ich hab dann keine 490 hab und deswegen konnte ich nicht mehr rumstehen wir machen jetzt eine Mega Rutsche Leute ich hab mega Bock ne auf eine Mega Rutsche was macht der hallo ich mach grad die Mega Rutsche du Kinder ach so das ist eher das ist Ende man ey ey ich fall immer runter mal nicht egal wo ich bin alter Zeit bricht ich keine ehrenlosen Wichser Jungen ich de-lust ich de-lust ich de-lust wir müssen so kleine Huren wichsen dem Spiel mit mir können wir jetzt bitte ne Lolle lasst mich jetzt in Ruhe und ich mach jetzt hier unsere Rutsche ey das ist so unglaublich das ist unglaublich du was ist bitte Leute wirklich ich möchte für den Stream jetzt machen wir jetzt da wirklich ne Rutsche ja ok was sollen wir denn jetzt machen wir eine ey das ist so ehrenlos ey das ist so ehrenlos keiner keiner macht jetzt noch irgendeinen Rachgepackt alter und wer der einzige was noch das Recht dazu hat bin ich so aber gut so so jetzt mach ich das einmal und jetzt mach ich es jetzt so und jetzt macht es keiner mehr alter ich wusste es ne ich hab einfach keinen Bock mehr das war wieder Dirndlmann das war wieder Dirndlmann der Dirndlmann und Dirndlmann schiebt sogar noch auf mich ich schiebt Leute all sind jetzt nen Teamkurs ich baue schon mal hoch ja nicht ich baue schon mal hoch nicht drunter schießen bitte ich baue schon mal hoch was ich drücke ihn noch hoch ich drücke ihn noch hoch hässliche Kinder Luki wie hoch noch bis zum Maximum aber wenn das Maximum dann erreicht ist müssen wir eins weg ja nachher Hör auf Hör auf huu Hör auf er wird dann zu Đi ja hör auf das war Idioten halt haben er kommt auch in der Ruhr er hat er auch nach der Ecke nicht weiter neben untergeschossen egal dass das so wenn er jetzt noch in werden nicht darunter schießt das kaputt machen ich war auch wie es los er wird auf jeden Fall nicht mehr mitspielen schwarzen meine Mutter kommt in die nächsten Zeit was er ist erkrankt nein nein was macht ihr ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin geil Alter Luki schau kurz auf Insta da war eine ok warte ich schau gleich ja genau das habe ich mir vorgeschrieben ein bisschen weiter oben nein Leute Leute kommt runter ich rette euch nein 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 wer war's wer los sorry Leute ich wollte mit Granaten werfen ich wollte mit Granaten werfen links die Feuerwehr schießen dann habe ich euch wieder nicht vorliegt ich wollte mich noch retten aber egal egal äh einer baut jetzt kurz hoch macht die Rutsche ich schau kurz auf Insta Dankeschön dass du mich getötet hast ja bitte ey kannst du mich äh Luki kannst du mich ganz kurz killen klar kannst du mich ganz kurz killen ich kann nicht gerne Kannste ob du vielleicht irgendwie jump oder so dann habe ich nichts mehr dann schau ich kurz auf Insta ich wollte auf jeden Fall alle hier gerne auf Insta es geht nicht höher darf ich dich wein komm Leute Leute macht mal hier oben kommt mal hoch geht aufs oberste geht aufs oberste bitte wir müssen wir müssen weiter was machen wir jetzt eigentlich oben eine rutsche ich will auch noch runterrutschen am internet hat nö gesagt das ist es das ist es wir haben offiziell unser logo Melissa zwei Abonnenten wir haben offiziell zwei Abonnenten offiziell ein Abonnenten schoss Melissa das ist es nämlich jetzt hörst ja runterzuschießen egal das ist einfach nicht mehr feierlich ich schwere dir ne das ist auch nicht mehr witzig alter ich weiß jetzt nicht was du für einen Humor hast Spaß am runterfallen hast keine Ahnung Luki ich brauche nochmal deine Hilfe ey Grindel Mädchen führ mich mal bitte kann mich irgendjemand killen hör auf Arschloch wer macht das Arschloch Hör auf ja du hörst auf ich bin auf maximal ne es war ich Hallo irgendjemand schießt runter irgendjemand schießt runter es ist schon wieder runter Leute können du bitte einmal etwas rutsches machen ich so ich mach ja etwas aber jeder schießt mich runter ich bin das Opfer hier das war ich das war ich hä was was hä verla... ja ver... komm hoch dir noch Benny Boy kannst du mich töten wenn soll ich ähm tut mir leid Benny Boy Benny Boy Benny Boy Benny Boy okay du hörst mich okay perfekt halt mal Melissa das ist perfekt halt jetzt no joke du ich hab's gesehen du hast meinen Schock wahrscheinlich vielleicht gesehen so das ist einfach krass gewesen PSVG mal ich bin so müde aber nutzt mich nicht jetzt kommt Stream PSVG mal hol dir erst mal ja Leute wir holen uns jetzt Metz und bitte bitte macht kein Auge jetzt wir wollen das jetzt wirklich durchziehen mit der Rutscheim ja Leute ich kann nichts dafür aber dieser coole dieses coole Sandmännchen ja das ich komm gleich jetzt ehrlich chill ok ich mach gar nichts aber ja ok ich hab schon mal drei großes Dings gebaut komm komm ja ich hol mal ein Netz du kannst doch jetzt oben sein Hallo Freunde Hallo Freunde kannst du mein neues Video gucken Wackten 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 ja kann ich gern machen wie gesagt für alle die was vielleicht ein Wackten Video von mir ähm ein Stream Highlight Video machen von mir die werden natürlich gewaidert gepusht von mir unterschätzt ey Leute das ist ja wirklich wie im Kindergarten hier so jetzt wieder gefüllt jetzt wieder gefüllt ey Leute wirklich no hate jetzt gegen gegen Banan split glaube ich aber du bist so ich bin ich denke mal 13 14 12 wir sind persist nur wir sind wenn wir sind so wir sind wir waren erst zwölf jahr h morgens die das stufer der da hat er dann kommt dann kommt da hat er dann kommt da hat er dann kommt da er dann kommt da hat er dann kommt durchschnittlich ein guter zu mädchen von ihm abgeschossen wir haben gekämpft Mädchen da auf die linke Seite kommen auf die linke Seite wo noch nichts gebaut ist wer hat das guck mal auf die linke Seite wo noch kein Weg ist okay guckst du hr er die 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 in der mädchen halte Prozent Prozent von Kriegsgruppen Zoll da hat ich nicht platziert ist meine waren alle meine Treppe die Landwirte Nahrungswürfelder weil ich noch mal ja eben ein zwölfjähriger Fick sich ja ich mache noch eins ich wollte noch eins Wecker auf ein Tor der Ehrenlose der Ehrenlose ja ich so leid lasst jetzt mal ganz kurz gechillt Achtung hallo ich bin Andreas Auer Auer gemacht können wir wieder aufhören da warte ich mach da auf der Seite bisschen Dings dass wir dabei gehen können klug ich bin steigen meinen sie zuändern so langsam eine Rampe, ich baue so eine Rampe, die wir dann hochfahren können Jaja, wir machen, wir brauchen mal ein Ding, oder es ist kein Fahrzeug Ja, aber wir brauchen ein, 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 ein wir brauchen zwei, ähm, zwei Einkaufswagen Zwei Einkaufswagen Ja, okay, ja, ja, warte Und hol, ähm, einen Einkaufswagen drauf Wenn du fahren kannst Ich baue ihn nach demiegen Ich kann nicht bauen Fad da nochmal, Leute Weg ist, Weg ist da Ich baue dich hoch, ich baue dich hoch Ja, nein, kommst du an? Nein, PSVG, aber ich mache es lieber nicht, weil sonst kriegen wir wahrscheinlich vielleicht einen Bann, wenn es blöd hergeht Ich weiß nicht, wie lange ich es, wo ich es zur Website angeschaut habe Ehrenfrau, Alter Okay Beste Pro ever Okay Okay, warte mal, lass mich noch fanden Lass mich noch fanden Dam, 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 dam Guck, man siehst schon nicht Ich, Merlin, komm ich da, hoch, komm ich da hoch Ja, ja, kommst du hoch Oh Gott, war das jetzt gerade genau weiter Komm jetzt morgen, ich erzähl dir, okay? Komm morgen, ich erzähl dir. Gute Nacht, Piss, wir geben dir damit, dass du da warst. Ja, das geht aber nicht. Lass mich da nicht fahren, okay? Jonas, bau noch eine Treppe nach links, dass wir da hochfahren können. Ja, okay. Eine Spielwiese kann man nicht gewandt werden, okay? Warum da eine Plattform? Warum hier schon eine Plattform? Ja, für den Einkaufswagen und so. Mach so eine Wand, mach so eine Wand, mach so eine Wand. Ja, oder ja, so. Ich würde eine Wand machen, gell? Oder machen wir einfach? Lass mich dann fahren. So oder sowas. Mach eine Wand, mach eine Wand. Ja, okay, stimmt, wir machen eine Wand, das ist Wetter. Warte, die Bremse gedrückt! Achtung, was ich komme rauf. Mach hier eine Wand, Jonas, mach hier eine Wand, ruhig still. Haha, das ist lustig, oder? Warte, wer beginnt, das Auto beginnt auf jeden Fall. Ja, ja, jetzt, raus, raus. Ich will fahren, ich will auf fahren, ich will auf fahren. Ich will sehen, ich will sehen, ich will sehen. Mach bei mir auch auf, mach bei mir auch auf, ja. Steck ein, steck ein, steck ein, steck ein. Steck ein, steck ein, steck ein. Nein, oder? Sehr gut schwang! Warte kurz! Steck ein! Er fang mit uns! Jetzt fang, 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 fang! Digga! Du bist so ehrenlos, das ist no joke, alle auf ihm jetzt. Ich nicht, oder? Ich sollte alle deabonnieren. Hä? Was? Ja, nicht Luki, nein, aber abonniere diesen Kanal, wenn er einen hat. Ja, moin. Hey, ich mach nichts, okay? Und ich sag alle auf ihm, er ist ur ehrenlos, auf einmal so, die Beine so, sofort deabolieren. Ich denk mir so, okay. Leute, äh, äh. Hey, wort man von Seikauf sagen? Das ist ne gute Frage, vielleicht ist er noch oben. Schau jetzt! Wir müssen, Leute, wir müssen das, wir müssen das mit geringer Schwerkraft machen! Alter, moin. Digga, was? Fühlst du dich jetzt cool? Luki, wir müssen das mit geringer Schwerkraft machen! Digga, fühlst mir nichts. Ja, eh, mal. Hör auf! Kleines Ohrschloch, wo bist du? Mach ich. In kein Ohrschloch. Bisschen, eine. Hey, du schießen mit, wer schießt? Ja, das ist die Saison-Männchen. Ich schieß auch ein paar Mal, aber ich will den Noiscope probieren. Ich hab den Hit gedrückt mit Noiscope. Noch mehr. Der Typ deckt aber auch, der Typ deckt aber auch, wir sind so lange geworden. Luki, wir müssen mit geringer Schwerkraft das ausprobieren. Mhm. Mach den Weg kaputt. Leute, mach den Weg kaputt. Wolfstyle, aber kannst du dann bitte wirklich kein Auge machen? Lass mich doch mal, Wolf. Ich mach nichts. Was, was ist er, wenn ich, er mich die ganze Zeit killt mit seiner Schwerkraft machen? Ja, dann lass es einfach, dann hört ihr auch auf. Nein. Ja, ist so. Guck mal, er killt uns in einem Auto und dann hab ich ihn gekillt. Ja, er killt uns in einem Auto und dann hab ich ihn gekillt. Ja, er killt uns in einem Auto und dann hab ich ihn gekillt. Ja, er killt uns in einem Auto und dann hab ich ihn gekillt. Oh mein Gott. 5 HP. Ah ne, 3 HP. Hä? What? Ja, Wolfstyle, der Hund. Wolfstyle, du Hund. Oh, danke. No Scope. Entschuldigung. Ja, aber No Scope gedrückt. Ich hab den No Scope gedrückt. Wer hat mich... Jemand hat die scheiß Rutsche kaputt geschossen. Nein, das... Das war ich nicht. Ah, wenn man... Ich wollt... Ich wollt mich grad selber töten. Hashtag Luki ist dumm, halt. Ich wollt mich grad selber töten mit Falsch an. Luki. 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 Ja, du Orschloch. Orschloch. Hi, ähm... X... XPL Player. Luki. 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 Luki... Der Jaime ist runter. Kill der kThatech meint Luki gehen. Wie die فI sind geringe Schwerkraftwer inte. Wir und dann dann runter zu liegen und dann nicht chronisch haben. Aber wir machen das bestellen dings dann bei der nächsten. Ah, alter, hör 늦o. Wir gehen jetzt gleich in die nächste Spielrunde, äh, Spielwiese-Runde, okay? Und dann machen wir genau das, was wir eigentlich jetzt machen wollten, aber das ist nicht Ding. Ja. Achtung, Werbung, das darf nur ich. Nein. Vorne, Lauf, das darfst nicht mal du. Ey, das bin ja ich. Das bin ich, oder? Ich lerne an treffen. Ja, sorry, halt, ich wollte dich nicht töten. Weil ich bin nicht so ehrenlos. Ja, jetzt kann ich ausreden, ja. Natürlich bist du, das du. Was macht ein Pole auf Ass? Natürlich einbrechen, oh je. Der ist mega flach. Leute, wenn ihr Bock habt, im Chat könnt ihr ein paar Witze, ähm, ähm, schreiben. Der beste Witz wird einfach gelacht. Okay, lasst mal lieben. Ja, wie die, Leute. Das war ne neue Runde machen. Ja, wir machen ne neue Runde. Folge dir schon. Ich weiß. Vorne, Lauf, mach ja ne Werbung, sonst bist du entmodet. Uh, auf Ehrenbasis, mach ich. Ja, hab. Er ist Luki, Luki, Luki. Luki. Ihr wisst Bescheid. Ja. Luki ist am Witz, ist am Witz, okay? Mein Pänis hat ein Abwehrgerät, äh, Abwehrsystem, ja. Weißt du auch? Hm. Wenn jemand zu lang kommt, dann schau ich dir hoch, ja? Oh Gott, Alter. Mach geringe Schwerkraft, mach mal, mach geringe Schwerkraft. Ja. Deine Mutter, mach deine Mutter. Mach deine Mutter. Sehr gering. Sehr gering oder gering. Ah, die Trick. Ja. Ich hab dann, 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 ich hab dann schon gemütet. Oh mein Gott. Oh Gott, ich spürte den jetzt richtig krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nee, was hab ich gemacht, Alter. Er hat meine Frau, ich hab dann vollgeschickt. Ja. Ich muss jetzt erst mal ablehnen. Auf Ehrenbasis natürlich. Ja, ich bin schön. Leute, schaffen wir heute noch die 20 Likes? Wird mich mega freuen. Wer die 20 Likes schaffen. Oh, du bist ja heute aber doll. Äh, willst du mich? Oh, Blas, mir auch mal. 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 Ich will, wir schaffen heute nicht mal die ganze Likes. World Style, gib mir das. Gib mir das, du Hurensohn. Hallo, wir kriegen das halt sowieso nicht mehr. Doch. 20 Likes. Hallo, nein, wir haben heute nicht mehr. Eine Frau, warte. Eine Frau geht mit dem Hund zu. Bäcker mit zwei, äh, passt. Eine Frau geht mit dem Hund zum Bäcker. Mit zwei Hunden. Die Frau sagt, kack, in die rechte Ecke. Bis in die linke Ecke. Lass Lazy gehen. Und dann brauchen wir da die größte Rampe der Welt, Alter. Ein Vorteil. Jonas? Einmal so ein Vergehen und dann bist du weg hier. Jonas? Okay, auf hier. Vergehen. Auslach. 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 Das ist kein Vergehen. Auslach. 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 Jonas. Lach doch. Hahaha. Hahaha. Ich hab' noch fünf gestimmt. Ich hab' noch mal auf den. Leute, morgen auf jeden Fall geh' ich zum. XSXLutz. Da wird auf jeden Fall was gegönnt, Leute. Das ist ein Spoiler. Etwas für den Stream, Leute. Ich bin wieder da. Wenn ihr es, wenn ihr es erfahren wollt, ich sag mal bitte leise, ey. Wenn ihr es erfahren wollt, folgt auf jeden Fall Instagram und dann werdet ihr es auch erfahren, dann morgen auf Instagram. Vielen, oh mein Gott, die Schwerkraft. What the hell? Ja. Was denn? Yuki. Hahaha. Du Arschloch. Was war das? Yuki. Was war das, du Arschloch? Was war das nochmal? Wenn du mal deine Freundin in Lexus hast, willst du, dass es nicht gefremd würde, oder wie? Nein, 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 nein. Guck, schau, ich habe eine Tür, gell? Also, jeder normale Mensch wahrscheinlich. Und dessen Türschlitz, wie ein normaler Mensch, das hat. Ach nee, ich hab' nicht geh' durch. Nein, da kann sich das nicht. Was meinst du mit Schlitz? Ja! Sprich einmal! Sprich einmal! Ich weiß, ich weiß, Alter, schau' wie hoch. Nee, guck, und man kann halt durchschauen. und wenn man da durchschaut bei diesen Türschlitz dann kann man genau das sehen auf der Couch was passiert you know what I mean ja aber die Kamera ist so nicht an da ist gerne Oha stelle vor ich streame nebenbei unabsichtlich und die Kamera ist an auf einmal sagt sie so mitnehmen zu mir du weißt schon dass deine zu klein ist und das ist mit live so auf YouTube mein Sparteil ist zu groß wir wissen es doch schon Luki ist deine wirklich klein Luki wir sehen uns erst wenn du es im Stream zeigst wir sehen uns erst wenn du es im Stream zeigst Luki ich bin ein bisschen höher geworden ja genau Luki nein lass es lass es Luki Luki nein was machst du keiner will dein Schniedel sehen Dein kleinen Mini Schniedel wer ist das Daily 3 Luki 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 Nizabeth Schloch konnte man sich nur irgendwie sagen ja Melisa ist Müller ist tryin denn alter Be 108 Was schlucht sie hat das Borden im snorfen hast aus 5 5 irgendwo halt den Schnauzernılzyte Siehne von существ leute leute ist wichtig ich bin die st und die weiß ich nicht sehen wollen kann die lief nicht die ich nicht sehen wollen spenden drei Euro ja genau ja ich bin die was ist egal und die was ist egal ist Spende fünf Euro ja man es macht man Cash so kriegt man nur Geld so macht man Cash so weiter geht's nicht weiter geht's nicht dann machen wir hier eine Wand guck wir brauchen eine Blattform so spielt man Fortnite in CSGO hat schon jemand überhaupt die neuen Fallen ist ne gute Frage gell also weißt du das war die beste Idee das wir gemacht haben da die ich hab die dann habe ich sie ja ich hab jemanden so ich hab die reine Leute ihr wisst was das heißt ihr wisst was das heißt ne ich hab nämlich am Boden ich würde nicht mit dir darüber reden wenn ich nicht denken will dass ich nicht allein bin in dieser Ansicht bin eins was bei der PSV immer weil er auf einem Markt nicht mehr äh nicht mehr lol äh was hab ich gedacht stehend aber ich hasse Menschen ich habe drei 130er Totengräber Nice ja hast du RDW das ist ja ja aber ich will es nicht ich hab da unten dort zu RDW prima du weißt was das ist du weißt was passiert wenn man dort unten wo ich bezüglich hallo was passiert dann bist du RDW prima streamer um wenn ich jetzt gerne habe ich was ja wenn ich auch ich will mich nicht darüber reden wenn ich nicht denken will dass ich nicht allein bin in dieser Ansicht bin was ganz ich bin das so mein Vater kam gerade rein musste es zu tun als würde ich schlafen alle Zeiten was heißt was dann wie 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 ein h wie die ich bin in zehn Ich bin in zehn Bist du in zehn Begele Bist du in zehn bist du in zehn Bist du in zehn Ich bin in fünf Ich bin in zehn Leute der springt auf den Jumphade der kommt nicht mehr runter ist schon der kommt einfach nicht mehr runter die kommt einfach nicht mehr runter Lul glaub ich auch Ist das Luki? Bist du ein Scanner? Was machen wir jetzt? Haben wir schon die neuen Fallen? Ja, ich hab drei Stück. Perfekt, dann kannst du mal kommen, weil die reichen schonmal. Bist du ein Scanner? Mhm. Komm, Mama und Papa. Oh, komm mal raus. Das ist eine gute Idee, aber könntest du eine... Was denn? W, NH, W, D, was meinst du denn? Hä? Ben? Hat er was gesagt? Wohin er geht? War kein Bock mehr. Na moin. Spaß. Ben? Wie irritiert man das? Reicht. Ja, aber ich mein's so in Dingsform. Was passiert eigentlich, wenn man während der Farm, äh, während der Farm Gugelbombe kommt? Und die Frise. Das ist eine gute Idee, aber könntest... Müsste off, mein Loot liegt in Tomato. No skills, äh, muss off. Da machen wir die... Dings. Da machen wir die... Dings. Heißt mal, wo ist denn der jetzt gekommen? EDITIRED. EDITIRED. EDITIRED das mal bitte wieder. Was soll man denn da machen? Was für editieren? Ja, das wir so... So? Ja, genau so. Wie geht das? Ich Idiot kann das nicht. Wie erklär's mir mal, wie geht das? Wie er so langsam runterfliegt. Ich hab das noch nie gesehen in mein Leben. Ist kein Problem, nur Skills. Ähm, den Bogen. Ganz in der Mitte das und ganz unter Reihe. Ja moin, ich probier alles durch. Habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen, aber nicht das hier. Ach, halt den Maul. Ist doch wirklich unglaublich. Könnt ihr jetzt bitte kommen und wir machen das schnell? Ja. Na, hört auf, Alter. Ich hab mega Bock auf das jetzt. Ich hol' den Auto oder so. Ich hab... Ne, ich hab die neuen Fallen. Warte, ich blöse den da vorne. Ja, ich hol' den Auto. Warte. Wie gesagt, Leute, alle im Stream, ihr könnt gerne mitspielen. Auf jeden Fall kostenlos gerne abonnieren oder liken. Oder beides, wenn euch das so gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt. Ab 11. November täglich Videos auf diesem Kanal. Und folgt mir auf jeden Fall gerne auf Insta. Checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Rufzeichen Insta, dann kommt mein Insta Name. Könnt ihr gerne mal abchecken. Und dann würde ich mal sagen, ja. Und wegen dem Thema, was ich vorher angesprochen hab. Wegen dem Thema Highlights, Stream Highlights. Ich suche aktiv jetzt nicht einen, also ihr kriegt dafür nichts. Aber der, was sich freiwillig vielleicht hier meldet, dass er vielleicht Stream Highlights von meinen Streams macht, wäre auf jeden Fall nice. Oh mein Gott, wie hoch man springen, heiliges Scheißen. Ist mir, gell? Man kann halt auch fliegen, gell? Eigentlich in dem Sinne. Ich hole schnell ein Auto. Ähm. Hinweis mit dem Auto, naja. Sieh selbst. Ja, wir wollen es auf jeden Fall mit dem Einkaufswagen machen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Gescheit. Das heißt, wir machen es auf jeden Fall. Ich habe einen Einkaufswagen, Jungs. Kann ich mit dem auch so hüpfen? Nein, kann ich leider nicht. Oh. Man kann. Hä? Man kann gar nicht fahren damit. Können die mich abholen? Aber, äh, das funktioniert am besten, wenn die anderen Personen involviert sind. Aber mit Übung und Trafinesse kann man die Geschwindigkeit der Unterhaltungserhöhung sein. Leute. Banalen Split? Ja. Okay, wir sind eh noch da. Du musst schon nennen reden. Ich habe Angst, dass du weg bist. Einfach so. Ich rede die ganze Zeit und keiner, ja. Keine Antwort. Ey, was ist das? Ich flieg die ganze Zeit mit dem... Oh, Harry Potter! Ähm, ja genau das meinte ich. Jeder ist dumm und dümmer. Ja du bist dümmer. Look Compare us. Okay. Oh, komm Mais hoch. Ich geh gleich zu sein ... Ja, einfach. er hat hat noch geht es also wenn hat er irgendwas in die Kuppe reingeschrieben oder sowas ja im Chat oh mein Gott ja er muss auf und seine Loot über Tomeo ja Loot scheiß ich drauf er soll er will nur auf fahren die Schellen schraub zu fahren halten ich fliege ja es geht nicht Lücke du bist ein wer wer hat das er dann platziert ihr Wichser wie leid kann ich jetzt wieder fahren alter ihr Wichser Eben das ist ohne und bleibt erst mein Gott alter nimm die Schanz als ich möchte nur auf fahren und das einmal machen da steht das aner man kann da nicht mal normal fahren alter das ist so eine Scheiße der Fall ist einfach bitte Mike ist am dümmsten er hatte keiner ist dumm vor der Fall er hat sich so gerne was ein Rudi alles draufstehen in die Kuh oder so sagt man was fertig ist ich weiß nicht das Ding ist ich will sogar das nur so machen verstehst du so meine Unterschrift aber ich will doch irgendwie so gerne so ein warte ich mache ja ich will so irgendwie mir ist das so irgendwie Bock weil ich mein so wie sind und äh ich sage jetzt so Jonas du ich ich will jetzt nicht Arschloch ich möchte vielleicht nicht äh ich möchte jetzt nicht überregen aber ich glaube wir sind bros F4F4Live Machen Spaß aber wie gesagt wir sind hier bros und sogar so einen so einen Dings ich habe keine Ahnung aber ich würde halt auf jeden Fall für meinen Merch so wie der jetzt hier hör auf bitte ähm so wie der hier so eine Unterschrift wie Lukas also mit Lukas was du da hattest und genau so eine Unterschrift so ein Polyalter glaube ich wäre nice aber wie gesagt wir können jetzt alles besprechen auf jeden Fall danke dass du mir da wirklich mega hilfsmill ist ist nichts selbstverständlich noch nicht reinfahren Ey jetzt ist es kaputt oder was Ey wo fliegt er hin wo ist er ist kaputt Mist ich kriege jetzt so die Krise ich schwöre es dir das ist ja nicht normal ok sie hat mir eine Appel geschickt ich schau es mir gleich an Ey Leute wirklich darf für alle mal gerne ein Like da lassen Leute noch 4 Likes dann haben wir haben wir die 20 Likes Leute und Leute ab 1.11. wird es täglich Videos geben hier auf diesem Kanal deswegen gerne abonnieren nicht hier Moritz Like halt dein Maul jetzt ich habe keinen Bock mehr ja sag ah perfekt ich wollte schon sagen du hast ja ok ja ich komme zu dir ey dann kann ich auch pinnen gehen ja dein Kanal ist so toll dass ich den mein also mein Freund Ben den habe ich den ver also ähm verlinkt und hab den halt ja was warum hä ja was ist du denn das Arschloch hä Arschloch alter Arschloch ich schwere Junge pass auf was ich ey Leute kein Stress hier im Stream bitte fahr mich fahr mich Arschloch alter du fast wie ich damit's debaht dihendl alter lass mich mal r und er schauen auch nix wieder kaputt als auch deine frisse alter Melissa look at that bro oh shit oh look at that bro oh warte schau look at that bro look at that bro Spiderman alter ich bin höchst persönlich Spiderman yeah ich bin Spiderman äh schau äh er steckt einfach Schwanz rein okay es ist Owee du kannst mich fahren lauf ich entballen leite kein stress hier wenn er Stress macht dann wenn ich nur er doch zu schießen oder den Einkaufswang rauf und das war's dann soll auch ihre Aufgabe ich guck jetzt schon auf Ufo Story ja 100% Ufo ist beschert ja süßes Video ich hab noch mal einen Schal um den Kopf gewickelt damit man ihn nicht erkennt und äh packt okay ich schaue es kurz an ich muss ehrlich sagen Melissa ich der Merch ist nicht schlecht no joke das auf der Seite würde ich lassen das hinten würde ich lassen aber hinten Melissa hinten probier mal ob du da Hashtag Hashtag dass wir hier irgendein Hashtag machen dass wir dass wir hinten einen Hashtag ähm unter dem Ding er hat alles kaputt geschaffen 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 jetzt reicht's mir jetzt reicht's mir ich weiß aber hinten bam 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 beim Loch hier ähm Hashtag Hashtag Leute welches Hashtag stimmt jetzt mal ab welches soll kommen ich möchte nicht Hashtag HeyLukiArmy weil das hört sich irgendwie schwul an Leute I know that Hashtag LukasArmy ist auch irgendwie auch scheiße welches Hashtag soll kommen ein Hashtag was man auch tragen würde Hashtag Olschloch das braucht keiner Bruder ja okay du aber wer Leute jetzt ehrlich schreib Hashtag das Zeichen Hashtag und dann Hashtag schreiben hm hm eigentlich gar nicht so schnell naja naja es geht ja nicht das Ding ist ich möchte halt hinten also wenn es geht Melissa beim beim Dings unterhalb ein Hashtag haben also eigentlich meinen Hashtag für meine Streams und so quasi für meinen Kanal was ist dein fucking Problem ich fliege runter ich fliege wie man fliegt oha was hast du für einen scheiß Humor alter aber alle Hashtag Schwanz Hashtag Schwanz genau alter Hashtag warte Hashtag Coo oder Hashtag Army Hashtag Loch Army Hashtag Arschloch das heißt Arschloch oder Hashtag Coo Coo ist auch nicht schlecht Leute Coo ist so quasi Coo ist so ein Zeichen so ja das ist halt in der Coo aber ne ich mein oder das Ding ist Melissa Hashtag Eichel alte Leute nichts bewährtes kannst du mich äh kannst du mich mod ah deutsches deutsche Sprache hat nicht Spaß ok kannst du mal neue Abo DRL no skills danke für dein Abo jetzt komm in der in der Hashtag Dings Army ich kann es leider nicht aussprechen ich hab den Luskup gespielt echt ich hab' ich gesprungen ja ich hab' ich gesprungen äh Lucky Gang Spaß nee das ist auch schwul irgendwie irgendwie schon der Banger der Banger der Banger macht die Musik Hashtag Coo Hashtag Coo Hashtag Coo Hashtag Coo Coo Ui das ist aber auch nicht schlecht das Ui das machen wir Melissa das machen wir Hashtag Coo Coo das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht soll ich das sagen das ist von Luca also das ist von Concrofter glaube ich echt ja wer würde alles einen Pulli kaufen jetzt no joke Leute wer würde einen Pulli kaufen es wird aber so sein Leute wenn der Pulli wirklich draußen ist dann würde es limitiert sein das heißt es gibt die ersten 5 und die kosten 100 Euro keine Spaß what the fuck wahrscheinlich so 30 Euro Lucu gibt schon bei Concrofter echt der Hurensohn du hast jetzt mir gestohlen die Idee ich zeig dich an ja gelang dich Arschloch alter Lucu das war eigentlich nicht schlecht gewesen eine Mutter ist dann wie Lucu also Leute äh kannst du mich bitte zum Mod machen ich will auch andere Account gebannt ich bin in Oskill 44 Leute bannt nicht unnötig welche sonst gibt es Bann von mir wie gesagt und Mod wird man wenn man ähm die nächsten subaktiv natürlich ist und ja mich unter einem Schütz darf ich Mod bestimmt du bist ziemlich kurz dabei nein halt denn wohl ich bin schon seit dem Januar dabei jetzt letztes Jahr Januar okay warte kurz ich mach dir jetzt kurz Eisbrocken Eisbrocken nein ich nehm's Eisbrocken du Arschloch Leute er hat er hat mich aber okay Leute ähm wenn noch einer irgendein Wegband dann gibt's Ben Amt Band von mir ich will ich will nicht so dann kann ich gar nicht mehr ah hilf mir hilf mir bitte lol Hashtag Sack bitte Lucu äh Junge Hashtag 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 der war auf der Gamescom der war auf der Gamescom der war auf der Gamescom ich nicht ah der hat aber den Sprayer hat den gekauft nein das ist nein das ist nicht nein das ist nicht nein das ist nicht dein Streamer was denn machst du oh mein Gott man fliegt so weit oh mein Gott Leute was soll hinten bei diesen Zeichen sein unterhalb ich möchte auf jeden Fall ein Hashtag haben äh Ben Ben mein Name ist Ben Nice wie morgen ja mach ich Lucci Lucci guck mal guck mal mich an bitte guck mal mich gut an 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 oha geile Schließchanze alter ich hab getroffen Hashtag gib ihr Schwanz moin ja wann morgen morgen wieder am Abend Leute morgen wird vielleicht über ein Video kommen wie gesagt ab ersten Elfen Daily Videos seht ihr auf diesem Kanal also gerne abonnieren oh Gott wie what is safe Leute Leute welches Hashtag soll hinten beim Pullover so stehen Hashtag 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 ich hab's doch gesagt Hashtag Hashtag Orschloch das wird aber keiner machen oder Melissa Melissa mach so bei dem Zeichen also das hier hinten am Rücken Hashtag 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 verstehst du ein Hashtag Zeichen und Hashtag weil das Ding ist das war meine Idee nein nein das war meine jetzt mal Spaß das war wirklich deine Idee also wirklich Gigi an so 17 Uhr Hashtag Hashtag ne weil das Hashtag Hashtag also das heißt Ohrschloch jetzt das kann den Stream Highlights wenn einer was macht ok nice dude man oh what the hell what schatzt euch das an alter nehm schon die ganze wow oh oh heiliger 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 ne lass mal übelunge du musst ne Halfpipe bauen du musst ne Scheiß Halfpipe bauen dies so machen wir Hashtag Hashtag naja wie gesagt ich möchte auch irgendwie ein Hashtag von mir haben aber wie gesagt es geht ja grad nicht so Silver Star HD herzlich willkommen im Streamen wie geht's dir let's go man aber ich glaube Melissa ich würde aber auch die japanischen Zeichner am Ende weg also auf der Seite weg geben die feier ich doch nicht so hart hey doch die schauen geil aus echt ja ok dann lassen wir es dann lassen wir es wenn es geil ausschaut aber ich weiß nicht ich ich hab mich halt nicht mal hinter das Schwimmrein gefällt aber ich sag was im alles ist geil ich schau das schon mal ich sag mal warte ich will das sehen ob ich bin ein echter Fisch du kannst das nicht sehen doch schick mir den Link über hin zu noch mal so pervers sein oh Gott Alter du hast mich voll geräumt oh Leute 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 ihr müsst mal hoch hüpfen und dann da runter schau ich weiß was ich meine gib das mal hier weg gib das hier mal weg gib das hier mal weg so jetzt geht ihr zum Eis geht zum Eis und dann hüpft ihr da vor euch das Dings da und dann Leute schaut mir mal zu ja Banan Split genau so schau und jetzt äh einfach landen und einfach nichts machen zack alter und dann hast du mega speed und da hinten machen wir wie soll ich das erklären hier hinten machen wir weiter ein High Five ja tikka ja da gehts aber nicht weiter stimmt äh Hashe Glucki und Melissa du weißt schon was Hashe Gang Leute ähm wir sind Bros und keine keine kein Pärchen alter das nervt manchmal das nervt halt manchmal wirklich Leute it's no joke stell vor einer sagt zu euch ist er zusammen das ganze Zeit das wird soo hart nerven Leute wo wir jetzt mich erwischt alter und da unten bin ich jetzt dann gg äh wie lange bist du schon mit Melissa zusammen ja moin gar nicht Hashe Gluck ah ich weiß nicht fahr ich jetzt nicht so fahr ich jetzt nicht so Hashtag nur Gluck ist mehr äh Hashtag Gluck ist es ist eine kleine Hosenschance oder ich weiß nicht ob das so mega geil ist alter mit dem Dings mit dem Dings von mir ja so nicht von mir selbst unterschrieben sondern so das Format unterschrieben ist wie eine Unterschrift quasi und irgendwie so underlined verstehst du so wie eine Unterschrift halt probier das mal ja und das Hashtag meine ich Hashtag und dann Hashtag ausschreiben Jungs, er ist mein Bro, nicht mein Freund, oida, weh. Hans, bitte, hi. Dachte, bist krank. Red Hyper, jetzt komm streamen. Ja, das war am Montag. Ja. Schick mal bitte kurz, schick mal bitte kurz den Link über Instagram. Ich will mal anbieten. Warum? Ja, weil... Das dürfen nicht, Dings. Das darf nur ich und mein Bro sehen, also... Äh... Ich schick dir dann auch ein ganz, ganz nice Bild. Was eigentlich auch nur... Hashtag Bild, äh... Ich sag nichts mehr, Loki, sorry, bedankt dich bei Fortnite, love. Warum denn? Loki? Loki, Loki, ich, ich, ich... Loki hab's geschaut, schau mal auf jeden Fall. Loki? Leute, macht keinen Stress, Leute. Loki, schick dir dann auch ein krasses Bild, was eigentlich nur ich sehen darf und meine Freunde. Ich finde, das ist ein bisschen wenig, so... Äh, Melissa, kannst du... Ähm... Kannst du vielleicht... Kannst du irgendwie noch so unterstrichen, das machen wir auch. Ist aufzubauen, ich will grad hoch. Zeig jetzt hin, Granavitze. Ich werde dich machen. Also, ob du das so irgendwie unterleinen kannst und irgendwie in... 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 In so... Goldfarbe machen kannst. Mach's mal in Goldfarbe. Oder... Ja. Mach mal ein paar... Mach mal drei Farben, die was dir gefallen und schläg sie mal vor, weil... Ich hab keine Ahnung. Wie gesagt, wir müssen da mal beschäftigen. Why? Okay. Du klärst... Äh... So vor, Mädchen. Luki, mach mal Fan-Treffen. Herr Killer LP, herzlich willkommen im Streamer. Wie geht es dir? Schön, dass es klar ist. Ja, Leute. Was braucht ihr? Hey, redet der Bananen-Split noch? Ja. Ja, ich rede noch. Okay, perfekt. Gibt mir... Gibt mir jetzt einfach... Gibt mir jetzt einfach... Nein, das darf keiner sehen. Gibt... Magst du das alte... Äh... Magst du das alte Formantlied? Ja, das ist episch, Alter. No Joke. Früher, ich sag's ehrlich, hat... Danke für dein Abo. Herr Killer LP. Dankeschön. Für dein Abo. Ich geb's ehrlich zu, früher sag ich so... Ah, es hat mich mega abgefuckt. Okay, Leute. Es hat mich... Ich sag so... Ich hab früher gesagt, es muss eine andere Musik her. Aber jetzt... Ich feier's mega. Ich feier's mega. Welche Stufe bist du? Leider erst Stufe 17 oder 16. Eins von den beiden. Leider, leider, leider. Schwanz. Haben wir da. Dankeschön auf jeden Fall. Ehre Mann. Freut mich mega. Darf ich Mod? Leute, heute wird auf jeden Fall... Ähm... Morgen, am Samstag wird auf jeden Fall ein Mod verkündigt. Wer... Wie kann man Mod werden, wenn ihr aktiv dabei seid und auf jeden Fall mega weiterhilft? Natürlich. Check dir auf jeden Fall mal... Für alle ganz Neuen, wie zum Beispiel... Mr... Also Herr Killer LP. Ich hab's jetzt ausgefüllt. Wenn du das jetzt machst und ich seh's gleich... Leute... Ne, halt dein Maul. Also wenn du jetzt 20 Euro gespendet hast... Ich küsste ein Lüsschen. Ist das... Ist das schlimm? Wenn du 20 Euro spendest... Wenn du 20 Euro spendest... Leute... Ich sag jetzt mal so... Ich zwing keinen... Zu spenden... Das möchte ich nur gesagt haben... Wenn ihr spendet... Das wird natürlich alles nicht so nach Gucci... Blablabla... Ihr wisst was ich meine... Das wird natürlich für den Stream und natürlich... Ich... Ach verdammt... Ich hab was vergessen... Ach... Deswegen hat's nicht abgesendet... Ja warte... Einen Moment... Ey... Wenn du jetzt 20 Euro spendest, gell... Ich hab dann zwei... Alter... Wir haben schon insgesamt 62 Euro gesammelt, gell... Dann... Heute? Hm... Heute nicht... Das war insgesamt... Okay... Guck jetzt... Okay... Willst du mit Musik jetzt schon haben... Herr Killer... Äh... Wenn ich die Musik jetzt schon haben möchte... Natürlich möchte ich sie jetzt haben... Also... No joke... Wenn ich die schon habe... No joke... Also... Ich geh so rein in das Spiel... Ähm... Und möchte sie sofort haben... Also... Das Ding ist... Ich möchte die überhaupt haben... Alter... Das ist so geil... Aber ich muss halt züchteln... Hilft nichts... Ja... Weißt du was auch ganz gut wär... Wenn du... Ähm... So... Vielleicht... Du kennst ja diese ganz normalen Sportrucksäcke... Gell... Ja... Also solche... Vielleicht kannst du da auch so ein... So was drauf machen... Verstehst du? Weil das ist auch nicht schwer zu machen... Mhm... Das ist ja... Schön Leute... Wie Leute... Es gibt's Kappen... Es gibt alles drum und dran... Das heißt wenn wir das Logo auf der Brust haben von Dings... Und das Logo steht fest... Wird es... Auf jeden Fall auf Caps gehen wahrscheinlich auch... Mhm... Luki... Geh bitte in die Lobby wenn du kannst... Ich zeig's dir... Okay... Heißt du da Luki... Ja einfach... Einfach Rufe zei... Äh... Du hast mich glaub ich eh geedit... Luki... Luki Lobby... Wir gehen kurz Lobby Leute... Machen dann weiter gleich... Ja warte Luki... Ja was... Kauf Elgato... Ben habe ich schon... Die Elgato ist ganze Zeit hier angeschlossen... Aber... Ich muss mich da noch befassen Leute... Das Ding ist... Irgendwas senkt da... Mein Stream geht nicht... Deswegen muss ich nochmal gucken... Luki... Ja... Ich meine... Guck mal auf... Auf uns da bitte... Was du dir grad geschickt hast... Okay mach ich gleich... Also hör gut zu... Okay mach mal... Ja... Ich muss mal kurz Melissa gucken... Oh mein Gott alter... Das ist es alter... Das ist wirklich das... Luki... Ja... Ja... Kuck mal bitte... Das ist deiner... Häh woh... Da ist nichts... Ja... Ich will... Ich muss nicht... Ich weiß nicht... Ach du nass Arschloch... Nein... Zeig mal... G-Stufe... 2.. 92... Wiebox... Ich habe Lukis Nummer... 92... Spaß... äh ok so warte die stufe 92 V-Box das ist keine V-Box 92 sind keine V-Box oder? das sind die geilsten Musik-Dolleiter ja eh so 92 Dings ja Leute so jetzt den linken Joystick nach rechts ziehen warum höre ich eigentlich drauf das wird eh nicht gehen ey das wird nicht gehen ja KillerIB schöne Grüße ich grüße HeyLukiTV also die geilste Army das ist wahrscheinlich ein YouTube Video und ich verarsche mich gerade aber egal so jetzt den linken Joystick nach nach rechts ziehen aber gleichzeitig electric und dann hast du oh mein Gott Rem-Ticks HeyLuki ich join vielleicht später nochmal ja? Remix ja mach das nach rechts ziehen und es hat gerade funktioniert bei mir lol es hat gerade wirklich ich bin auf Clown gegangen dann hat sich auf die V-Box machen äh ich hab Angst gell geht nicht also auf die V-Box gehen oder was? ok probieren wir mal Luki lass mal durch wo ist Rem- wo ist Rem- wo ist Rem-Ticks hast du's? nein das ist eh locker verarsche alter Luki ja weicher sie verarscht mich aber sehr schnell machen der verarscht mich locker ja Luki ja ich probier's jetzt noch ein paar mal leute ich verarsch mich locker ja ich mach's immer mit dem falschen Knüppel leute fällt mir grad auf Linken Joystick nach rechts L-Zwag drücken auch gleichzeitig schnell ich mach's glaub ich ganze zeit falsch gell oh mein Gott unsere Runde sind gleich ne unsere Runde machen gleich den Monster ganz ne geht nicht egal Leute mich würde es mega freuen wenn wir die heute noch die 20 Likes knacken ich weiß nicht ob wir es schon geknackt haben oder nicht wir haben noch 3 Likes Leute ihr könnt jetzt alle mitspielen wenn ihr Bock habt ja machen wir mal du's aber ihr könnt mal beitreten leute das wird klappen äh mach ich dann später hacker LP win aber vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp wahrscheinlich gleich Furz krieg ich den Zwickl für mich paar mal versuchen muss auf ok ciao Dankeschön dass du auf jeden Fall da warst Nightbot macht auf jeden Fall Auge er ist wirklich drücken Melissa und ich wollten ja irgendwas wollen machen oder so komm kannst du jetzt aber ne sie kann heute nicht mehr warte mal warte mal warte mal warte mal min 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 Flhas Min 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 ja es ist das ist sie noch da und sie die ja ich komme jetzt reich mit ich komme ja richtig bin also hier look der Beweis ja kann ich mal gucken dann ein Minister ich glaube du hast mich jetzt das mit dem ich weiß nicht Leute wie findet ihr das das nur mein Name steht zu Lukas und in Gold ich feiere halt so Gold aber irgendwie brauche ich ein Design Alter was naja red nicht rein ja sag einfach was willst du ich hole irgendwas zu erklären grad ja redest du da ja ja wie würdet ihr das feiern Leute man hört mich ich habe geschaut das geht halt echt nicht ey man hört mich Bruder du Idiot hört mich Bruder du Idiot ach Gott so wichster ja ich weiß schon wie ich es schwieriger ja Leute wir machen das auf jeden Fall gleich ganz chillt wie ist verpisst dich aber es gab überprüft es geht so gut wird er wie viel zu finden Leute wenn nicht wenn die Welt mehr schrauben und quasi gold lukas haben das darf stehen ich weiß nicht ich bin jetzt noch nicht 100 prozent so zu überzeugt ich weiß noch nicht das logo aber ich möchte halt meinen namen irgendwo haben schwanz zimmern wie gesagt für alle ganz neuen gerne kostenlos abonnieren und liken wenn euch das film gefällt ab den ersten elf neue gibt es hier täglich videos ein monat lang wo in dem bullshit wenn ihr nichts mehr verpassen wollt dann gerne abonnieren und gerne auf diesen stream einleiter lassen mich würde es mega freuen wenn wir die 20 likes packen ich gehe jetzt wenn gute nacht kann nicht mehr bin kaputt vielen dank auf jeden fall pro wie gesagt wir schreiben einfach heute noch dann können wir heute wieder zocken und so ja jetzt warst du nervst mich mega abgeht du fragst echt ab es ist fähig mann ja nachtmüll ist auf jeden fall danke dass du auf jeden fall die damit doch zeit beschäftigst wegen den pullover vielen dank was wie gesagt wir werden uns hören wenn ich einfach anschreiben wolfstein ganz ehrlich macht jetzt auch einfach einen scheiß mit dem sand für den pullover oder ein pullover wolfstein ich habe morgen schule oha was er heißt es ist samstag bruder muss echt ach man es sollte der dort warte ich muss kurz in die party gehen manche tasten im video stehen unten was ich habe fähre nice bei fuß bei internat nice gefhäin wie ja wir sind wir sind jetzt und ich so Leute wir machen jetzt ein bisschen äh wenn der jetzt kommt vielleicht kommt der Wolf sehr danke fürs mitzocken wir machen auf jeden Fall später oder was lasst es Lucky testen doch wenn du Noob Luke guck dir dein Tutorial an war auf jeden Fall nach dem stream oder ein bisschen später so wir machen ein bisschen Solo Action Profilleute könnte ich den 18 Solo in 43 47 doch bei okay geht bei YouTube ein how to get Org Musik installiert versuchts mal kurz noch mal mach auf jeden Fall nach der Solo Runde Leute chillt mal Leute wir brauchen jetzt noch drei fette Likes Leute ähm teilt auf jeden Fall meinen Stream gerne mit euren Freunden dass hier nochmal die 20 Likes vielleicht voll kriegen würde mich mega freuen was haben wir jetzt Salty Springs warum ist Salty Salty Springs ha 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 sau witzig nicht wohin gehen wir Leute ich gehe einfach immer zu meinem Place Leute immer hier hin ich gehe immer hier hin beim Baum und so Mike let's go Salty let's go man halt's Maul weiter meine Fresse pennt ihr immer noch nicht was vorne lauf ist pen gegangen oder was hab ich so pen gegangen nope ich bin auch noch nicht Leute wir werden jetzt vielleicht ein bisschen Musik anmachen welche Musik soll ich anmachen ein bisschen hier Deutschrap Alter also Leute warte ich versteck mich mal vielleicht kommt er in die Party aber nicht in die Lobby oder was ist doch sehr unlogisch probieren wir es mal Leute wenn er jetzt nicht kommen sollte hören wir ein bisschen Musik und wenn er kommt dann nicht ok er ist offline gegangen anscheinend so ähm Casanova sie weiß ja etwas besseres als mich verdient ja ja wie gesagt Leute wir werden jetzt ein bisschen Musik anmachen schreibt auf jeden Fall euren Song Wunsch rein wir werden auf jeden Fall Casanova glaube ich als erstes gleich hier machen hätte ich auch jetzt mega Bock eigentlich ehrlich gesagt Champions League Hymne oh Gott das ist immer episch Alter ist immer episch wie gesagt Leute auch morgen wird gestreamt am Abend und am Tag vielleicht ein Video ich habe noch keine Ahnung folgt mir auf jeden Fall gerne auf Instagram würde mich mega freuen Leute da werdet ihr auch mehr erfahren von vielleicht neuen Merch bla 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 und deswegen würde ich mal sagen ja äh daran FaceTime kann ich mitzocken gerne wie gesagt ich mache jetzt ein paar Solo Runden und dann können wir wieder ein paar Community Runden machen also keiner also ich schwere Leute ähm ich weiß nicht ob es viele wissen aber ich höre mir gerade Deutschrap aktuell an einen bestimmten vorne läuft du sagst jetzt gar nichts es wäre einfach unfair Casanova ja wie gesagt Casanova machen wir auf jeden Fall gleich an hier Spotify der Stream wird wahrscheinlich dann runtergenommen wieder deswegen weiß ich nicht ob ich das jetzt wirklich machen soll weil eigentlich wäre dann online aber äh nach Solo testen ja Leute wir testen das dann schnell nach Solo und dann machen wir ein bisschen Musik rein der Ronaldo Song von Wumey ja man City Angel was hat der gemacht gucken wir mal ich kann das gar nicht anklicken Aja Moin ja man los Skü Skü 66 66 68 69 69 79 79 80 80 80 Der Ronald Song, ja, oder Ramos. Ramos ist auch geil. Der Ramos Song ist auch nicht schlecht. Mach doch einfach eine Playlist, wo jeder was hinzufügen kann. Ähm, ja, können wir machen. Können wir auf jeden Fall gern machen. Das ist auch gar nicht eine schlechte Idee. Das heißt, ihr fügt die Songs hinzu und ich werde sie auf jeden Fall abspielen. Wie gesagt, der Stream wird wahrscheinlich dann runtergenommen. Wegen Daten-Dings, weil ich ja Musik abspiele und quasi, das darf ich ja nicht. Ich mache es auch ganz gut. Wie gesagt, wenn ihr mir nicht, äh, für alle, die was hier jetzt noch nicht wissen oder ich wiederhole es gerne. Ich schaue auf jeden Fall die Videobeschreibung. Soll ich machen? Ja, mach mal bitte. Dann mach du mal eine Playlist. Ich edit die auf jeden Fall und dann kann jeder hier in die Playlist seinen Song reingeben. Egal welcher, kann auch natürlich Katja sein, Leute. Ist ja nicht so, dass wir hier, ähm, Katja nicht mögen. Ja, auf jeden Fall. Check auf jeden Fall mein... Ey, Bomberskin. Was hat der geschluckt? Was hat der geschluckt? Ey, du Arsch... Hey! Wie soll der... Wie viel hat der geschluckt jetzt, Alter? Halt der Maul, du Hund. Hör mal, du kannst den Link in der Beschreibung packen. Der Tattoo-Song von Wurms, okay. Maik, ne, ist halt... Das war echt schlecht, das war ein No-Hand, Alter. Hätte ich easy holen müssen. Wenn ich schön verholen muss, ist das hier. Natürlich. Oder终als gott... Die Kostelle Die vor allem ist es so, ist das hier. Nicht so, ich sch loading. Das ist Going... ... Oh, ist das... Should we put our music on? Hold on. Oh, I'm feeling this one. Shoot it, shoot it. Okay. Ehre, ehrenlos. Ist locker, kein Mädchen. Ne, ist kein Mädchen. Ihr könnt Playlisten machen. Ich geh mal auf. Bis morgen. Bis morgen. Dankeschön, dass du da warst. Äh, nimmt Koks ja natürlich. So Leute, ich edit die Liste jetzt mal auf mein Ding. Ich glaub da heiße ich sogar mit Nachnamen, oder? Scheiße. Wir machen's jetzt mit Handy. Ah, ist aber auch schlecht. Ich möchte die Playlist aber nur abspielen. Kann ich das auch einfach so machen? Ähm. Ja, da haben wir sie schon. Da hab ich den Account. Das Ding ist, ich heiße auf Spotify grad mit Nachnamen. Versteht man? Öffentliche Playlists musst du schon aktivieren. Das ist ja irgendwas. Das ist ja irgendwas. Halt den Maul, oder? Halt den Maul, oder? Leute! Ne, oder? Ich glaub nicht, dass das Zufall war. Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Leute, ich denke nicht, dass das Zufall war. Oh mein Gott. Epischer Moment. Leute, in drei. Zwei. Eins. Alter, krass. Oh, ne, shit. Ja! Ist schon okay. Ich kann nicht mehr, Alter. Dieser Musik ist so gut mit dem... A das wird die Nennen des BNN ein best-of-macht da muss ein bei der Tug Gangster ich denke es ist gelöscht wenn er könnte sie auch ein Bildschirm sehen die Brille passt mir gar nicht aber so machen als wie gesagt die Liste ich will sagen heute er hat die Bock dass wir am Anfang immer diesen Beginn machen so ich soll ich sagen immer mit der Musik alter ganz ehrlich Alter krass alter ok übertreib jetzt alter wie was ist das für ein Remix alter it's no joke das ist das für ein Remix na ola ein Bruder das bist du gar nicht du wahrscheinlich also das ist ja wirklich fremdversterbend das schwulste Teufel der Welt ich feier sie Ole jetzt kommt der BVB Ole jetzt kommt der BVB Ole jetzt kommt der BVB Ole forever FC Bayern ihr wisst bescheid ich habe eine Streamlist ah ne oh Gott Luki ja man ja man alles klar alles wird bei dir ich nehme einfach den Namen das ist ja äh Luke stream Luke stream playlist hier das ist jetzt sein alter da machen wir sie an Leute alter krasse Musik alter machen wir jetzt mal raus hörte ich sie Leute alter krass ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr okay jetzt kann ich echt nicht mehr ich kann echt nicht mehr Leute also wirklich ich kann nicht mehr geile Musik auf jeden Fall ich kann nicht mehr der Tattoo Song Leute wir machen das auf jeden Fall nach der Reihenfolge einfach ich bin Tami's Leute okay Leute machen wir 20 Likes voll würde mich mega freuen wie gesagt drei Likes noch wenn ihr noch nicht geliked habt gerne liken wenn euch das für ihn gefällt mach mal kurz Tattoo Song auf ich weiß nicht wie ich das jetzt aufkriege warte da Tattoo Song Friends ist auch nicht schlecht äh Tattoo Song Gott Gott Splein Bruder Gott Splein Dislike noch halt's Maul das ist geil auf jeden Fall Leute das ist geil Leute damit gewinnen wir jetzt nee nicht 眉 werde verscheid tower erinvestig Fernse sch如 will laut m kind ich von Wurms halt den Mal, alter und still nicer song, alter Boah, Gott, alter, mein Kopf tut weh grad Der Naldo 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 Da könnt ihr eure Songs rein geben Heute ist der 8.5. Nein Ist es überhaupt die Playlist? Habe ich jetzt genau die richtige? Blitz Tattoo Äh, gibt's nichts da drinnen Gibt's glaube ich nicht Leute Guck auf Youtube Äh, ich bin auf Spotify Leute Alles muss auf Spotify auf jeden Fall sein Gibt's glaub ich nicht Leute jetzt sind aber nicht so so angst da wo ich sage ich gehe abbald haben hallo mach auf ist echt fokin los tschak tschak nice youtube wir machen die musik wieder kurz aus dass ich hier auch alles höre wir haben die wir jetzt noch im stream sind wie gesagt wir arbeiten gerade an einen r-merger der wird ich weiß noch nicht wann offiziell kommen oder ob er überhaupt offiziell kommen wird das ding ist dass ich das ist ein exemplar was nur ich haben werde und der wird wahrscheinlich zu verkaufen nur vier fünf stück geben wahrscheinlich fünf in der gerade zahlen natürlich ja immerhin fünf ist gar nicht gerade das weiß ich nicht komplett aber wird es wahrscheinlich in einer zahl geben die was nicht so oft ist und auch nicht so teuer sein wird ihr wisst bescheid reduktiv nimmt nimmt einfach koks echt habe ich gar nicht mehr weiß ich gar nicht von den typen aber es auf jeden fall ehrenmann habe ich gehört die zone ja mike dollinger ein oder zehn uhr füttern sagen aber ich habe sie mitbekommen gerade eben wie gesagt um die was noch mitspielen wollen vielleicht in den runden können gern mitspielen spiel jetzt gerade nur ein bisschen solo weil ich ein bisschen hier ey lass das lama ey bruder muss ich los ich dachte jetzt no joke leute dass ich das lama als einziger gesehen habe aber warte komm komm aus der kiste kriegen wir jetzt kurz eine sniper ähm weil dann dann kann ich ihn auf jeden fall locker holen ah das wäre so episch gewesen wir haben noch eine chance scheiße scheiße ihr macht auf ernst oder was ehrenlos nein habe ich nicht wegbekommen wenn du tatoo song aufmachst machst du safe win ok kann ich dann gleich aufmachen Leute über einen win gibt es ja gar nichts zu lästern ich idiot ich habe zu viel gepickt jetzt wird er wahrscheinlich pushen gell weil er so gg weiß so auch bruder hat nicht mehr viel ap jetzt habe ich wieder viel ich bin ein arschloch hä 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 wie wie hä wie ich war unten alter ey das kann es ja nicht sein so ne scheiße alter ich war ja schon längst unten ich mach ähm ich mach kurz auf pc das an den stream ähm ja ich mach ihn da kurz an so leute jetzt kann ich da mal die nachrichten lesen kann ich hier alles an machen tattoo tattoo song oder was aus der nalo hat nen jesus der zlatan hat nen koi la soga hat sein hembrotter saneder hat leroy der özil hat nen löwen und nen panther schon gestellt wow geil es gibt tausend geile top to tos und das k 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 er der kanal ist mega nice eigentlich mit so musik das ding ist leute will life story jetzt hier im stream ich würde ja auch gern tattoo haben jetzt no joke also nicht jetzt nicht jetzt aber ich habe mir nicht überlegt ob ich jetzt ob ich mir nicht so ein tattoo schon machen soll das ding ist leute also ob ich mir überhaupt nicht so mache die frage ist natürlich bleibt ein leben lang das zweite ist es muss überlegt sein das heißt es kann muss nicht muss nicht auf die schnelle irgendwas sein leute aber wie gesagt ich möchte was haben wahrscheinlich irgendwas für meine familie also jetzt nicht irgendeinen scheiß trägt wie zum beispiel für meine inge zeichen für freundschaft oder so leute das macht niemals auch wenn wenn da jetzt wenn ich eine freundin in dem zeitpunkt habe und die sagt so war komm wir lieben uns so sehr wir machen uns ein tattoo wo mein name dort steht der name bei mir dort steht macht das nicht leute macht es einfach nicht ich weiß es jetzt blöd zu sagen aber liebe hält jetzt auch nicht immer natürlich man hofft es aber stellvor leute die macht schluss oder oder du machst schluss und du hast einfach ein tattoo von der und du musst es dann lasern lassen oder so und das ist auch mega scheiße du musst es drüber stechen lassen irgendwas und das ist auch mega mega scheiße deswegen einfach immer überlegt ein tattoo machen wenn und nicht einfach so java kommt just for fun jetzt einfach ein tattoo machen mega mega unnötig wenn wenn ihr mich fragt schreibt man wer unten ist ich glaube es ist nicht mal so viel jetzt hier aktiv im chat ich weiß nicht mal ob vorne läuft jetzt mehr online ist es ist ja nicht mal drei uhr aber ich glaube wahrscheinlich werde ich nicht bis drei uhr streamen vielleicht nicht mal bis zwei ich muss noch überlegen wir haben es jetzt glaube ich eh schon 130 wir hören uns auf jeden fall wenn jackie chan albana wer das haben wir uns im hintergrund ein bisschen an macht auf jeden fall bock glaube ich ehrenmänner dass ihr noch alle dabei seid mit halbbar und Mike ja schuchte erster kommst du hier es ist so geil alter schuchte ja es zieht zu fort FIFA ist besser am naja finde ich jetzt nicht so der FIFA 19 leute kann auch schon welche Picks es gibt den kann ich auch ein paar ziehen halt der fräse alles so geil alter die typen no joke perfekt alter immer stark wie ein Traktor wie Traktor wir gucken jetzt kurz in die FIFA Web App welche Packs es geben sollte so ist beste ja Video Beweis oder der Bundesliga Song alter der ist auch nicht schlecht der Ramos Song gefiel mir aber auch mega alter das Ding ist so macht man halt so witzige Parodien einfach von Spielern was denn was ist denn fun i love das Ding guck mal ob es da überhaupt jetzt noch ob die Packs rausgegeben haben FIFA aha ich habe erst jetzt gerade eine Pump bekommen und jetzt kriege ich schon so eine Pump alter no joke wir gucken in den Shop Leute Gold Packs es gibt's Gold Packs gibt es leider keine wir öffnen das Silver Pack jetzt bei der Food Web App ziehen wir einen Chinesen ist natürlich auch ziemlich praktisch weil ich auch ein Chinesen Team in FIFA machen werde oder mache man kennt's ja Leute immer Chinesen Teams machen in FIFA kann keiner aufhalten nicht Luki du Schöki muss echt fucking los dadurch dadurch muss ich echt fucking fucking los dortmund Song ich bin der Ramos oh Gott ich habe abgestorbt ich bin der Ramos Bung in die Fresse ist auch nicht schlecht vergiss es so so ist es oh oh Salah da habe ich echt geweint Leute wie Salah wunderbar Ambrambos Prozent Amst an Verkappen ehrenlos er um siehst du nach oben alte zu können und wurden so ein Alter kein Bock mehr Spiel doch einfach anständig bitte Dortmund bei neuen Gebäude ist wer ja ich hab's leider nicht gesehen Wurms Dortmund Dort und habe ich glaube ich noch gar nicht gehört 200 V-Bucks Leute neues dann nochmal dann nochmal also wir kommen jetzt gleich zu denen hier wie der Hund glänzt alter nice Dortmund Song ist ja keiner warte dann mache ich das weg und dann suche ich es einfach so dann habe ich leider nicht abonniert aber will ich auch nicht denke ich ehrlich wir machen mal den Ronalus Song so die hat ich finde Droneilu gerade nicht, aah, Dortmund nicht Der BVB Song Der BVB Song Meine Bayern Der BVB Song 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 Na, Eula, Bayern ist der BVB Bayern ist der BVB Beste Mannschaft aus dem deutschen Lande, meine Freunde Kann man ja noch nichts dazu sagen Noch Ne Maa Song auch gut Ich hab die halt da nicht gleich alle da Das nervt mich ein bisschen Ja Moin, Alter, da war nicht immer ein Kontakt Ne Maa, du Hund Ist auch nicht schlecht Ist so, ist viel zu teuer Ja, Alter, der Barsong ist auch nice Nema Und alle fallen hin, das ist auch mega nice Diese Challenge-Schalter Nema ist der geilste Aber no joke, Leute, ich finde ja Nema War ja bei Barsa, ich fand es halt extrem Scheiße von dem, dass er gewechselt ist Aber ich finde Nema ist einer der besten Spieler Auf der Welt natürlich Da kann man leider nicht viel dazu sagen Also man kann eigentlich nur sagen, ja, er ist einer der besten Spieler auf jeden Fall auf der Welt Luka Modric hat jetzt gewonnen, finde ich Nicht so, aber ja Was soll man machen Ich fand es halt schade, dass Modric Gewonnen hat, ich habe nichts gegen Modric Finde es auch gut, dass man Ein anderer gewonnen hat, aber ich finde es halt dann nur Lächerlich, wenn Ronaldo und Messi Dann nicht zur Zum Fest kommen, nur weil sie halt verlieren Und sie wissen das Das finde ich auf jeden Fall nicht Man muss halt auch verlieren können, versteht die Leute Messi und Ronaldo sind einer der besten Haben sie schon bewiesen, sind sie auch Aber dann einfach wirklich Wenn sie schon fix verloren haben Und sie wissen das, einfach da nicht kommen Und einfach so tun, ja, komm es Zeno Modric Finde ich Respektlos und finde ich Einfach nur von so Superstars Einfach nicht okay Weil ich denke mal so Als Superstar muss man verlieren können Als Superstar muss man gewinnen können Also gewinnen kann jeder Aber ich meine, ihr wisst was ich meine Man muss auch verlieren können Deswegen fand ich das Ein bisschen schade auf jeden Fall Und wirklich so etwas hat Bei mir einfach keinen Respekt Oh ja, mein, er kämpft wo falsch Ja, es ist bitter Das ist halt bitter Es war halt bitter Er hat wo halt falsch gekämpft Ist auf jeden Fall bitter Äh, Ronaldo war besser in dieses Als Modric Ja, ich kann es leider jetzt nicht einschätzen Ich habe jetzt auch nicht jede Partie Von ihm verfolgt Von Messi schon Ich muss sagen Ja, Messi-Ding Ich habe mich halt auf jeden Fall Auch ein bisschen gefreut Dass es nicht Ronaldo geworden ist Wie gesagt Ich bin ein Messi-Fan Und ist es halt gut so Die haben derweil die Ballon d'Or Haben sehr unentschieden Und ich finde das derweil gut gewesen Dass da kein Ronaldo gewonnen hat Weil dann ist es immer noch unentschieden Versteht ihr was ich meine Das heißt 7-7 glaube ich Ist derweil der Stand In der WM hat Ronaldo schon viele Tore geschossen Obwohl wenige Spiele er hatte Ja, wie gesagt Ich finde auf jeden Fall Die Leistung von generell jeden Neymar natürlich Von Ronaldo Messi Ist ähm Schätzenswert Aber ich meine Es tut mir echt leid Aber für ein Neymar so viel Geld Für ein Mbappé so viel Geld Ist schon übertrieben Deswegen Real Madrid ist finde ich Einer von den Sparsamen Die haben jetzt einen Superstar abgegeben Und haben sich ich glaube Keinen Superstar geholt Versteht ihr was ich meine Für Ronaldo Die haben 130 Millionen oder so Glaube ich bekommen Für Ronaldo Was auch ein bisschen Ziemlich wenig ist Natürlich er ist alt Bla 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 Aber für ein Neymar Ja gut der Neymar Ich finde Ein Neymar ist einfach arrogant Das ist halt das Leute so sehen sie An Luki 16 Der vor allem ein Spiel Aber über Fußball redet Ja Bruder Fußball ist Viele die was so sagen Ja Fußball ist so Ist so ein Thema Wenn du dich da Wenn du das auswendig lernst Oder wenn du das einfach mal An schaust Oder dich damit befasst Kannst du damit reden Nein also Ja gut kann man Aber wirklich so Fußball Wann macht dir Fußball Über Fußball reden Spaß Wann macht dir das Spaß Wenn du es als Leidenschaft Quasi machst Verstehst du Ich habe Fußball seit Meinen glaube ich Sechsten Lebensjahr gespielt Spiel ich jetzt immer heute noch Aber halt kein Verein mehr Sondern Einfach mal so Mit Freunden Ihr wisst Bescheid Und das ist einfach krass Alter Einfach über Fußball zu reden Macht mega Bock Ist wie Mädchen und Schminke Ist komplett das gleiche Die sagen so Wow Dieser Lip Plus ist ja wirklich schön Manche Mädchen nicht immer Aber wie soll ich sagen Ist halt so Bäh Befasst Fußball Ich denke mal Mal so Am nächsten Mal zum Bauern Du Hund Das Ding ist ja nichts mehr zu bauen Leute Er hat sich geheilt Der Hund Was soll ich machen Ich habe nichts zum Bauern Du bist einfach scheiße Bruder Das ist einfach kacke Alter Ja komm Er heilt sich 100 Jahre Ist doch nicht mehr lustig Alter Der Typ Bale Schau Schau Ich weiß nicht, Bale. Ich habe es ihm auf jeden Fall gegönnt, wo er in der Champions League die zwei Tore gemacht hat. Und Ronaldo gar nichts. Was geht ab? Schickt mir jetzt gerne ein Bild von eurem... Dankeschön für den megacoolen Stream. Und... Messe hat sich verschlechtert. Ja, er nimmt nicht mehr alles so ernst wahrscheinlich. Also ich meine, ist das nicht arrogant gemeint? Das ist so... Ja, er verdient seine Kohle. Er ist eh schon so ein Name bei Buzzer. Bei der Welt. Muss es nicht, bis wir uns nehmen. So, Leute, wir haben es jetzt geschafft. Ey! Da bin ich noch nie gelandet. Ach du Scheiße. Ja, töte mich. Schau, wie er auch gemacht. Scheiße. Jetzt denkt er sich... Wow. Fui kill, Alter. So, Leute. Deutschland hat auch schlecht gespielt, weil sie eh Geld kriegen. Ja... Das Ding ist, Deutschland hat mega schlecht gespielt. Was ist das? Okay, nice. Wir sind jetzt schon im ersten Ort angelangt. So Leute, ähm... Sollte ich nachschauen. Ja, das wollte ich nachschauen. Ich gebe jetzt meinen Namen ein. Hey, Luki, TV, ähm... Highlights. Vielleicht gibt es da schon was. Und wenn ich Hey, Luki, TV eingebe, Leute, kommt mein Kanal. Meine erste Roomtour, Leute. Mega krasses Video. Ja, Leute. Das erste Video mit meinem Gesicht, äh... Das ist halt die Historik, Leute. Da habe ich mich zum ersten Mal gezeigt auf YouTube. Ohne Facecam, alles drum und dran vor. Und jetzt dann... Ja. Die Aktienkommentare. Ich komme vorbei. Ich will auch Mädchen. Ich schwöre aber für den Nachwärtschein, Vater. SP42. Okay, das war die... Perfekt cool, dass du dich zerrgst. Du bist gar nicht so scheiße, also wie gesagt, dass ich... Oh, ein paar Jahren. 10.000 Likes. Hey, Luki, ich bin's Mauer. Hi, hi, hi. Wo war ich noch nicht, Leute? Ich glaube, ich war da noch nicht. Geh da... Da hin. Aber... Passiert... Mal ist doch nicht schlimm, dass sie in der Gruppenphase raus sind. Das passiert Brasilien oft und Argentinien. Ja. Ist so. Leute, es wird auf jeden Fall auch Black Ops 4 kommen. Das kommt ja... Wann kommt denn das? Wann kommt das, Leute? Hm. Hi, I want to love. Welcome back. Oder die ganze Zeit bist du hier, aber... Ey, wo war ich doch noch nicht? Ich war ja schon überall. Ich war hier. Ich war... Hier. Hier war ich vielleicht noch nicht. Müssen wir mal gucken. Von der Love bist du Junge. Nein, das ist nicht. Nur ich und du, der Tab ist nicht on. Nein, von der... Ähm... Von der Love ist auch noch da. Vielfalt nice, dass ihr... Ähm... Ihr drei noch am Start seid. Freut mich mega. Sehe ich deinen Lama oder was? Das Lama holen wir uns noch, Leute. Dann töten wir uns einfach. Leute, wir gucken jetzt mal auf die Klicks, Leute. Wie viel Klicks ich habe. Erste im Montag meiner Runde hat 107 Aufrufe. Oha, Alter. Ne, gestreamt. Gestreamt. Lol. Ich dachte, ein Video. Normales Video. Fuck. Kacktes Video. Ja, wir müssen mal gucken, Alter. Wir müssen mal echt gucken. Wie viel Klicks es hat. Die Klicks sind mir eigentlich komplett egal, Leute. Aber wie gesagt, ich gucke mal... Ich gucke ja öfter nicht zu den Videos. Wie viele Likes und Dislikes ich da habe. Vielleicht hat sich ja was ge... ...getan. Ey, die wollen ja gar nicht, dass ich aufhöre jetzt. Versteht ihr was ich meine? Die wollen ja gar nicht, dass ich mich jetzt selber umbringe. Die wollen das ja gar nicht. Die wollen, dass ich das ernst zu Ende spiele, oder was? Jetzt ernsthaft? Das Ding ist, ich möchte eigentlich Missionen machen, so in dem Sinn. Leute, ich dachte, das ist ein Loot Drop. Ja, mein. Ich dachte halt wirklich, das ist ein Loot Drop. Manchmal komme ich mir echt dumm vor. Ähm. Menno, ich bin hier, aber schreibe nicht, okay. Ja, sorry. Es ist ja schon halb zwei, oder... Äh, drei Viertel zwei. Du weißt, ich labere viel Scheiße in der Uhrzeit. Ich könnte eigentlich mit dem Auto wegfahren. Aber ich habe eigentlich keinen Stress jetzt in dem Sinne. Und ich habe das Gefühl, dass da irgendwo noch einer ist. Tut mir echt leid, aber ich kriege das Gefühl jetzt nicht weg, dass da noch irgendwo... ...einer rumloggen hat. Leute, auf Instagram, wie gesagt. Für alle, die was... ...nicht dabei waren. Ich dachte, ich habe eine... ...ich habe eine Pump, Leute. Ich dachte... Er hat zum Glück, hat der keine Pump gehabt, Leute. It's no joke. Ich stelle vor, er hat eine Pump. Egal, GG. So, mein Tablet-Akku ist leer. Kannst du nicht anstecken. Bra, bra, bra. Boah, genau, jetzt könnte ich mir den Gruselfilm und dann streamen. Oha. Ich könnte jetzt niemals Grusel-Streams angucken. No joke jetzt. Kriege ich zu viel Schiss. Ich gebe es ehrlich zu. Ich gebe es ehrlich zu. Aber hätte der jetzt eine Pump, hätte der mich locker geholt. Ach, warum? Äh, äh! Hä, von dort! Ja! Ich weiß, ich bin schlecht. Aber bitte, bau doch wenigstens irgendwas Gescheites. So, das hat 60 Aufrufe. 15 Likes. Oha, 3 Dislikes. Okay. Oh mein Gott, Montana Black in meiner Runde 48 Aufrufe. Okay. Und hat 8 Likes. Wie gesagt, guck. Solche Videos werden gar nicht geklickt. Versteht ihr, was ich meine? Äh, zum Beispiel, RipAire ist auf jeden Fall 60 Mal geklickt worden, 15 Mal geliked worden. Ja. Wir gucken weiter. Reaktion, Leute, ist so 113 Mal geklickt worden. 9 Likes. Was soll man dazu sagen, Alter? 116 Likes zu einer Reaktion, bringe ich mich zum, äh, bringt die mich zum Lachen. Hat 21 Likes. Wie gesagt, hat 15 Likes. Ja, okay. Ich habe einen Bruder, hat 81 Dings, 16 Likes, für das, Leute, die, äh, die Videos werden eigentlich eh geliked. Falls auf der Projektwoche hat, hat 112, äh, äh, Aufrufe. Also, wie gesagt, so Videos, Leute, es gibt's manche Videos, die interessiert keinen. Und auf einmal kommen so Videos, ähm, wie soll ich sagen, da läuft es schon übelst. Was machen wir jetzt, äh, ich, äh, ich muss noch einmal dort landen. Äh, ich muss noch einmal dort landen. Spiel teklaon, mach ich dann. Schau mal, es geht aber leider nur das rechte, äh. ähm, getauscht Wo war ich noch nicht, Leute? Ich glaub, bei, 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 hier war ich nicht bei, bei, Majesty Also die rechte Seite, ja leider nur die rechte Seite Schade, schade Samstag auf Sonntag, da ist einfach ein Lama Ja, ist egal, wo ich hinfliege da ist überall ein Lama Ich check's halt nicht, ich check mein Glück nicht Egal, komm, das ist das letzte jetzt, oder? Ja, Leute, das war das letzte Ey, guck den Hund an, Alter Ja, boah, wenn er mich jetzt nicht holt Ja, was soll man da machen, Alter Der Hund steht genau vor meiner Fresse und wehrt es ab Küssen aufs Nüsschen Was ist echt vor dem los? Ja, du weißt Also Leute, ich guck jetzt mal ganz kurz 9 Minuten bis zum Shop Ui, wir haben das neue Dings hier Neues, 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 neues Ja, neun Minuten noch Leute, ab morgen Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram Ab morgen wird täglich ins Fitness gegangen Und, ja Ab November Televideos You know what I mean So, eigentlich wollte ich das nachschauen Jetzt, Leute Aua Das ist jetzt wehgetan Kanal-Info, Leute Ähm, ich gehe nach Shop-Off Okay, ja, Leute, ich gehe auch nach Shop-Off Auf jeden Fall Schreibt auf jeden Fall Leute, ohne nachzuschauen, bitte Schätzt mal Äh, wie viele Aufrufe ich insgesamt Hab, mit allen Livestreams Mit allen Videos Radet mal rein, Leute Und dann, was am nähersten ist Respekt Ohne nachzuschauen, bitte Ohne nachzuschauen Seid Ehrenmann, schaut nicht nach Wir haben drei Missionen jetzt schon Ähm, 10.000, okay 1.200 1.200 Dieb 12.000 Der nächste ist Mike Dollinger Mike Dollinger Wir haben 13.617 Aufrufe Insgesamt Und ich meine Ach du Scheiße 13.617 Wir können ja mal bei so anderen YouTubern gucken Die was so unter mir sind Wie viele Klicks die haben 427 Schauen wir mal bei den YouTuber 5.000 Aufrufe Ja, wie gesagt Ich lösche ja auch nichts Finde ich nice Wie gesagt Ich lösche ja nicht alle Streams Oder alle Videos Das heißt Ja, manche YouTuber machen das ja So Mein Arm tut weh Ich hoffe du hast dir nicht irgendwas zugestoßen Hoffe ich jetzt mal nicht So, 5 Minuten Leute Schreibt jetzt Hashtag Hashtag Gut oder Hashtag Schlecht Oder einfach schlecht gut Ähm, Leute Ähm, wird der rechte Shop Geil oder schlecht, Leute Hashtag gut oder Hashtag schlecht Faust Du Okay Schwarz Faunt Leute Habt das jetzt gehört Faunt love Wollte ich sagen Statt faunt Also Faunt is live Es gibt die Turniere Und die Turniere sind immer mega mega nice No joke Man legt sich hin Und schaut das einfach Und das ist mega mega nice Oh lol Du sagst gut, okay Ich weiß nicht Schreibt auf jeden Fall Hashtag gut oder Hashtag schlecht Wie wird der rechte Shop Von euch Hashtag dumm Dumm kann es echt werden Hashtag dumm Ich meine Kann echt dumm werden Wo bleibt meine PSN Karte Ah, die ist noch In der Zukunft Habe Fußball gespielt Und bin ja Torwart Und bin ab Abgesprungen Und gegen Pfosten Geknallt mit Ah, gute Besserung Alter Tut weh Wir haben Ich hatte immer schon ein Spiel Der Tormann hatte Kontaktlinsen Er trägt eigentlich eine Brille Aber er möchte halt Kontaktlinsen tragen Und hatte irgendwo im Strafraum verloren Seine Kontaktlinsen Ach, der Scheiße Die haben wir nie mehr gefunden Es sind locker 100.000 drüber getrampelt Wir haben sie nie mehr gefunden Also der gegnerische Torhüter Er guckt so Sein Trainer kommt Wir wissen nicht, was er macht Er guckt so auf den Boden Sagt so auf den Boden Meine Kontaktlinsen Blablabla Und ich denke mir Also so Wir haben gar nicht gewusst, was der sucht Wir dachten, er sucht irgendeine Steine Irgendwas hier Und dann ist ihm erst draufgekommen Oha, er sucht irgendeine Kontaktlinsen Und wir dachten uns so Nice Wegen dem Raten Also Aber wenigstens den Ball noch gekriegt Nice Man tut ja alles für den Ball Und dann ist ihm erst auf dem Fall Und dann ist ihm erst mal Was hat sie mirGet Das war die Bart Und dann ist ihm erst mal Und dann ist ihm erstellig Und dann ist ihm erstellig Und da ist ihm erstellig Und dann ist ihm erstellig Lücke So Leute noch eine Minute 10 Dann haben wir es Ich schaue mich jetzt ganz kurz noch vorne an Ihr wisst Bescheid Oder soll ich ein paar Videos auf euch reacten Könnt ihr auch mal reinschreiben Wir machen auf jeden Fall nach dem Shop noch ein paar Ründchen Wir warten jetzt aber kurz Wir gucken uns ein bisschen Fail Army an Und weil ich zu viel Bälle in meiner Fresse kriege Als Tormann nun mal So 40 Sekunden Auf jeden Fall für alle die was jetzt neu eingeschalten haben Oder Schreibt Hashtag Gut oder Hashtag Schlecht Was denkt ihr wie wird die rechte Hälfte vom Shop Fahrt nicht Löwe Fährt nicht Löwe Wir gucken uns ganz kurz die Fail Army an Das ist behindert Aber Er schickt um noch 10 Sekunden Leute Let's go Ich habe auch mega Bock im Stream zu machen Wo wir nur Fail Videos gucken Das wäre auch mega lustig finde ich 3 2 2 1 Komm doch Baby komm Oh mein Gott du bestes Skin ever Ach du Scheiße Ich muss ehrlich sagen Der ist schaut nicht so schierig aus aber die schon Was ist das? Was stinkt hier so? Ich glaube auch Ich glaube auch Ja finde ich auf jeden Fall nicht schlecht den Shop Muss ich ehrlich zugeben Ist so auch wieder ein Funfact Puh Ja was Also sollen wir Adler oder was stinkt das so kaufen? Ja genau so macht man das Look ich habe mir einen Wendball in den Säden die Säcke bekommt Oh mein Gott Leute ihr müsst euch so denken Kurze Real Life Story wieder von meiner Seite aus Ihr seid schwimmen mit einem Freund Auf einmal kommt zu einem Mann Also ihr seid auf dem Fußballfeld Schon ein kleines Feld Spielt so wirklich mit Oberkörperfrei Mit Badehose Fußball Mit einem Plastikball Gegen drei Mädchen Drei jüngere Mädchen Und diesen erwachsenen Mann Spielt so Und auf einmal Dieser Plastikball Ich schwöre es Leute Hat Sie hat den Plastikball So auf meinen Schwanz geschossen Voll auf die Spitze Ich dachte Ich kann nicht mehr leben Ich dachte ich sterbe Und das ist echt passiert Leute Alter Was stinkt hier so heute den Was macht die Leute Sollen wir uns den holen Wie sie lacht alter Äh Ich habe schon mal Abschlag gemacht Jemand schelte sich in den Arsch Von die Fresse Ja Okay wir holen uns den einfach Nice alter Das steht mich in der Lobby Geil alter Geiler Mode auf jeden Fall Leute Habt ihr mal Bock Dass wir so einen Stream machen Wo wir uns nur Fail Videos angucken Und Fail Army Und da einfach mal drauf So ein bisschen reacten Ich hätte mega drauf Bock Da mit euch Ein paar lustige Videos Anzuschauen Oha Oha Die Skier alter Mike ist auch Vorher ist Ich auch so Vorher Hast du ein scheiß Problem Xanax Das Loop Gott Nein habe ich nicht Jetzt kommt ein Stream Hast du ein scheiß Problem Welches Problem denn Jetzt kommt ein Stream Schon dass du da bist Junge Ich habe mein Team Haben so hart Gingen Ja Wie es die umkippt Moin Maxi Ich war mal in Mittelfeld Dann war aber Nice Ich war Stürmer Stürmer Mittelfeld Mittelfeld Verteidiger Und jetzt mache er einmal und gibt mir matt auch das soll ich auf ein paar Videos reakten ich reakte jetzt ein paar Videos Leute schreibt auf jeden Fall rein auf wem soll ich reakten wo soll ich meine Meinung dazu sagen oder wo soll ich einfach mein Feedback abgeben kann ich mal reinschreiben ähm ich nicht dann geht Pennen ich auch aber ich warte lieber noch bevor ich Kopf kriege Leute erfasst euch jetzt reakten auf wem oder was wie gesagt schreibt das mal rein ich schau mal ich schau jetzt mal kurz in den Trends und ich schreibe einfach mal rein oh Moonlight ist in den Trends das ist geil das Lied das ist geil das ist geil Vielen Dank. Vielen Dank. Ey, das geht ja gar nicht. Freunde geht niemals zu ihr Freund. Ein Fortsetzung von... Mein Freund mästet mich. Bitte. Sie, ich will kein Tattoo. Ich, bei den Augenbrauen war es doch auch kein Problem. Die wundern sich schlechter geschminkt als ihre Augenbrauen, lol. Ich würde mir gar nichts stechen. Sollen wir Augenbrauen... Ach, ich bin kurz da schon oder was? Reaktion auf... Aufgepennen. Also, wir reaktion jetzt mal kurz darauf. Karl, das war heute echt ein cooler Tag, muss ich sagen. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Das machst du nicht normal, du Schluckbaste, gell? Hä? Was ist denn... Ach, schau. Hör aus, ich das machen, damit du nicht verstehst. Hör aus. Oha, okay, Leute. Das... 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 Okay, ne, drauf darf ich nicht, drauf darf ich nicht, aber ich muss es mir anschauen. Das hier auf einem... Na gut, aber... Oder wie? Das reicht mir auf jeden Fall noch nicht. Ich wünsche Ava sehr, dass sie mehr... Was meinst du? Ich muss doch meinen Namen tätigen, denn wenn wirklich die ganze Welt weiß, dass du Lüge hörst. Ich bin hier der weiß, der Kopf. Ach, gib doch mal her. Absolut. Ja, 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 das ist du? Ja, das habe ich jetzt. Auf jeden Fall. Das sind wir heute in ganz München. Ja, das stimmt allerdings. Zählen, was los ist. Das ist schön. Glaubst du, ich habe dich nicht gesehen, wie du mit dem geflirtet hast? Boah, 800 Nachrichten. Nice, Leute. 20. Ich würde nie jemanden anders anflirten. Ich verstehe mich einfach nur. Wir blicken ja dich an. Ganz ehrlich, ich... Ey. Meine Frau, Mann. Guten Tag. Das gibt's nicht. Oh, ja. Ich bin mein schönes Geld hier. Nein. Was? Bleib. 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 Bleib weiter. Also von vorne schaut es top echt. Oh Gott. Was hast du gemacht? Aua. Ich sehe doch, dass da was passiert ist. Das muss doch eigentlich... Äh, der Postbode kann ich dir morgen vielleicht... Aua. Mein, mein, mein Hals ist trocken. GG, warte. Der Postbode, jetzt kommt Stream. Kann ich mit dir morgen vielleicht aufnehmen? Gerne. Schreib mir einfach auf Insta. Wenn du... Wann du Zeit hast. Und dann können wir gerne aufnehmen. Dreh tun, dass ich in Ruhe. Bitte zeig es mir. Das ist heiß. Tue ich nicht, tue ich nicht. Ich... Wir sind hier allein. Ich mein... Also, die Verletzungen sehen nicht nach einem einfachen Stoff. Ja. Ich würde sie dann... Was machst du denn los für Sika? Das ist so schade. Weil das elende... Der gehört doch eigentlich... Nice, danke. Bitte schön. Ich mache mit jedem Video, Leute. Also nicht so... Dings. Schade auf jeden Fall rein, auf was soll ich reacten? Ich mache jetzt kurz reacten... React-Phase. Okay, Leute. Das war es auf jeden Fall mit dem Stream. Vielen Dank für den großen... Folgt mir auf Instagram. Werden wir auch vielleicht noch schreiben können jetzt. Und dann würde ich mal sagen... Brauchen wir sogar noch ein Like für 20 Likes. Würde mich mega freuen, wenn wir das vollkriegen. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen... Vielen Dank, Leute. Schlaft auf jeden Fall gut. Wir sehen uns heute am Samstag noch auf Instagram. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Unten in der Videobeschreibung. Reaktieren wir auf ADS Luca. Können wir kurz mal machen. Schnell noch ADS... Luca. Hallöchen, ich habe in letzter Zeit ein paar Kommentare und ein paar Best-ofs und lustigen Zusammenschen von der Reportage von damals geschrieben und jetzt kam die Diskussion, ist das wirklich der kleine Luca, der ADHS-Spaßdienst aus der Reportage? Ja, das bin ich. Hi, grüß dich. Ich werde dazu morgen nochmal ein Video hochladen, wo ich da ein bisschen mehr drauf eingehe. Aber um das jetzt alles mal... Hier bekommen es Falschparker mit Olaf zu tun. LAL. Wichser. Okay, das war es auf jeden Fall mit dem Stream, wenn es euch gefallen hat, gerne mal meinen Kanal teilen. Dann sehen wir uns hoffentlich heute am Samstag noch. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bleibt so, wie ihr seid. Leute, auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid, Merch. Wird auf jeden Fall auch mal kommen. Wie gesagt, wird auf jeden Fall vielleicht in Handel kommen für die ersten 4, 5. Gibt es auf jeden Fall. Da ist unten Autogrammkarte die allerersten, die was da überhaupt verschickt werden. Und ja, eine kleine Überraschung auch noch für den Verkauf, äh, für den Kauf, wenn... Und dann würde ich mal sagen, da war es mit dem Stream. Ihr wisst Bescheid, LuckyArmy ist die beste Army. Ja, das möchte ich mit meinem Merch zeigen. Aber egal, ist alles noch in Planung. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Leute, ab 1.11. nicht vergessen, Daily Videos auf diesem Kanal. Nein, ihr wisst Bescheid. Daily Videos, 1.11. Und dann würde ich mal sagen... Wir sehen uns beim nächsten Stream, beim nächsten Video. Euer HeyLogitv. Tschüss, Tschüss. Tschüss, Tschüss. Tschüss, Tschüss.